so okay jetzt sind wir am start aus der anderen perspektive ich mache kurz das setup aus du kannst gerne bisschen kurz in der zeit sammeln wie es hier geht und so wenn du lust hast m so hoch ist vor allem wie war schule Prozent Schule war heute gut wir hatten eigentlich einfache Fächer wir hatten Deutsch und Englisch Prozent aber weiter auf jeden Fall entspannt und Prozent wir hatten heute tun und das ist immer ihr sie da kann ich jetzt mal kurz erzählen da spielen wir spiele also wir spielen so gesellschaftsspiele also war eigentlich heute entspannt heute keine ipadstunde das heißt hallo hör mal zu du Huan Son okay hätte er Servus gesagt hättest du nichts gesagt und nur weil er salam sagt und du damit nicht zurechtkommst du hättest deine Fickfresse so ein Stück Scheiße bist du Digga was denkst du denn wer du bist Digga du diskreditiert hier gar nix wer wie wo was hallo sagt Digga so leo ganz gerne weitermachen ja auch mal nicht dann für die zehn Euro um wir haben unterschiedlich heute hatten wir bis 15 30 Mittwoch haben wir bis 15 Uhr und Donnerstag bis 16 Uhr und an den anderen Tagen haben wir bis 12.55 Uhr heute kommt der Sieg auf jeden Fall ich hab grad und hier gemacht wenn die ihn verschießen dann muss ich ja niemand sonst langsam dafür schon kann man sie trinken er um dafür schon kann man sie trinken nehmen noch nicht so ich geh mal kurz in Kanadier hau den Jungen mit Kopf in den Fall nein nein die Spiegelenkel zu auch wieder immer nur probieren weil es auf sie können werden auf jeden fall richtig und richtig ja wenn ich gerade anfange ich auch allein an zu stream ja das war die letzte mal auch schon so dass man gefühlt im hintergrund das nicht jetzt sieht man es besser okay danke dir wie sie hat er schon da danke dir ich denke heute sieht schon viel besser aus ja alles gut alles gut entweder also ich denke in der ersten zeit wird irgendein team zwei punkte haben entweder gar nicht oder wie gegen die menschen heute gegen die potatoes und ja ich denke es wird also drei punkte kriegt gar nicht auf jeden fall war ich mach mal die mikrofon ein bisschen dezenter ja das wäre das wäre schön wenn man heute die drei punkte ohne leo da würde ich mich sehr drüber freuen also also ich sag dir ehrlich leo wenn heute keine drei punkte geholt werden dann ist gefühlt die saison zu ende so dass das da ist genau das ist ein nachfolger ja für wen filmst du dann ach du fühlst auch du oha mit voll dem guten equipment sein von wem ist das equipment mit dem streaming ist es hier von der ball ja ja mal 6 warum hat ein besseres hat arbeit sich was soll das warum wir nicht in dieser qualität nein ich weiß alles wir können auch könnten auch die kamera anschließen aber dies halt für fahrrad fahren oder so damit auf auf dem helm jetzt schwierig aber brust ist halt unbeweglich das ist das das mag ich nicht digga okay ja bis gleich super was hast du gesagt hast du gerade was liebes oder hast du ja noch ja ja also leo meine persönliche meinung ist und du kannst mir gerne dazu stimmen oder widersprechen meine persönliche meinung ist wenn wir heute nicht gewinnen dann ist die saison over weil wir haben noch vier spiele vor uns also heute und dann noch drei spiele und wenn man heute nicht das ruder rumreißt und die dritte niederlage in folge kassiert so viele niederlagen wie wir noch nie kassiert haben in der noch sehr frischen und achter spiel tag dann ist das ding over aber ich sage wir gewinnen heute ich glaube unkönig das wäre super ja das wäre unfassbar wichtig guck mal da unten leo da sind unsere cheerleader ich habe schon gesehen oha kann das sehen irgendwo ist einfach irgendwas zu sehen ne glaubt nicht ne sieht man nicht vergisst die story nicht ja mache jetzt direkt danke master exe fürs daran erinnern so leo erzähl ein bisschen was was soll ich erzählen was checkt stellt ein paar fragen sofort ich streame wahrscheinlich wenn ich dreizeh bin dann fang ich auch an das ist cool ich will später irgendwas kann man sagt ja auch also ich weiß es noch nicht wirklich aber wahrscheinlich irgendwas für marketing werbung management sowas bereich das wäre schon cool ja wie alt bist du bist jetzt 11 ok sie ist auch schon älter aus er hatte also warum leo sagt dass er wahrscheinlich ab 13 stream möchte ist halt einfach aus dem grund weil twitch erst ab 13 ist vorher dürfte er noch gar nicht streamen er dürfte also hat nicht dass er es hat aber er dürfte auch kein twitch account haben beispielsweise dürfte er nicht soll auf kick stream ihr wasche wahrscheinlich heute brauchen wir drei punkte heute brauchen wir drei punkte der hätte über seine älterste account streamen auch nicht oder nein also ich bin mir nicht ganz sicher aber nein ich glaube nicht ich glaube dass er auch mit dem einverständnis der eltern nicht stream darf also wenn ich damit jetzt quasi geld verdienen würde denke ich nicht aber wenn ich jetzt mal zu sehen bin so wie jetzt gerade zu sehen naja wenn ich jetzt zum beispiel über den account von meinen eltern content generiere dann ist es ja egal ob da jetzt wird es gesperrt werden bin ich mir relativ sicher dass er da gesperrt werden würde weil twitch die plattform ist ab 13 und auch wenn du mit dem account deiner eltern drin bist bist du ja eine unter 13 jährige person die dann auf einer plattform unterwegs ist die ab 13 ist und twitch würde dann vermutlich dein account suspendieren bringt ja auch nichts wenn da jetzt anstatt leo wie blablabla steht also wenn jetzt ich habe einmal leo accounts und einmal leos eltern account da bringt ja nichts was für name da steht solange ich daher streame ist ja ja gut ein punkt gerade schreibt duisberger jung abos und hat auch schon oft alleine gestreamt über abos account das ist ein solider punkt sag mal kit du bist doch hier twitter moderat oder die anstatt die ganze zeit doof im mode in chat rein zu posten klär uns doch mal auf war tu doch mal deinen job alter digga was weiß ich denn ach scheiß auf dich digga ganz ehrlich schwert vorm namen aber keine ahnung digga eher schwert im arme ja weiß ich jetzt nicht ganz genau wie da die thematik ist kann man die mics etwas lauter war die bikes laut genug drehende scheiß boxen auf was was heute wieder rechts wird nach dem spiel das könnte gut passieren ja aber ich habe ja wie lange bin ich jetzt live dann habe ich angefangen zu streamen um 12 uhr sechs stunden bin ich schon live ist schon sehr leise ich kann ein bisschen lauter mann von mir aus 11.55 hast du in die gruppe gepostet 11.55 habe ich in die gruppe gepostet ja guck mal dann bin ich ja heute auch schon augenblick gleich muss auch ehrlich auch sagen auch der step jetzt noch mal mit leo und das sehr günstige spaghetti als mir rein zu snacken und auch bei jp noch vorbeizufahren das war echt cool also so dieses reine zur baller league fahren finde ich nicht cool vom streaming content oder was ist nicht cool ist halt dann auch er man immer das gleiche aber mit so klein stepp zwischendurch auch jetzt heute bei jp die pause das war schon dass das hat schon spaß gemacht das war cool ja das hat richtig laune gemacht Mal gucken heute brauchen wir treten muss auf jeden fall noch mal kurz vorher auf die toilette gehen leo machst du es hier kurz allein und ich gehe kurz mal pinkeln ja okay bis gleich so jetzt müssen wir da fragen stellen und motz ne sobald irgendetwas in die respektlose schiene geht permaban das gleich ob ich bald mal nach buxhude komme also ich wird ja sagen also aber eigentlich denke nicht dass Prozent und zu dass sagen wird dass ich nach buxhude kommen darf also ich würde natürlich die sie direkt und zu bekommen es ist ja auch spannend so aber ähm wenn Marcel ja sagt dann komme ich aber ja äh fragt mal ob ihr Lamborghini fahrt la 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 Lamborghini fahren könnt äh ich weiß nicht ob ich das jetzt erzählen ne ich erzähle ihn mal lieber nicht ähm egal wenn ich mal Qualität äh äh Qualität Qualitätscontent auf dem Kanal ja finde ich auch ne ähm das sag ich euch jetzt schon mal wenn ihr jetzt hier schöne äh nette Sachen reinschreibt vielen vielen Dank aber es ist besser wenn ihr das jetzt gleich reinschreibt ähm deswegen gleich wenn Marcel wieder hier ist spand meins beim nicht rein aber sagt alle Leo besser machen äh Leo hat gut gestreamt und so es wäre sehr nett wenn ihr das machen könnte ich gehe in die fünfte Klasse schreibt du mit Marcel privat ja bisschen also ähm Erdmeer beim Essen sollte ich ähm ihm Digga jetzt kann ich nicht mehr jetzt sollte ich ihm meine Nummer geben und ich hab ihm einfach eine falsche Nummer gegeben Digga ich war so aufgeregt ne dann äh hab ich hier aber dann bin ich nächste Woche gekommen da war er nicht da hab ich kurz mit dem Manager gequatscht hab dem meine Nummer gegeben und ähm ja letzte Woche hat er sich dann über WhatsApp gemeldet und meinte so komm her heute wenn du Lust hast auf netter Basis mega verrückt ja find ich auch 10 Jahre alt und sitzt bei Montefilm alleine mehr reicht an sich in 10 Jahren ja hast du viele Prüfungen achso äh es geht jeden Monat eine Arbeit in Englisch-Deutsch-Mathe und alle zwei Wochen Vokabeltest und alle zwei Wochen Vokabeltest das war ein gutes Film Leo unsere Zukunft danke vielen vielen Dank aber schreibt das gleich rein ok bitte schreibt das gleich rein wenn Marcel hier ist ihr müsst alle sagen dass ich hier gut bin die Skorne die Skorne leo bester Mann danke Sascha kommt leo kann mit 10 Jahren besser reden als ich mit 16 danke Sascha ist da was geht erstmal leo danke dafür dass du in den letzten Mal meinen Job übernommen hast ich habe das verfolgt fand ich sehr gut ich fand es schon ein bisschen zu gut ich habe aber kein Konkurrenzdenken deswegen bin ich da relativ entspannt was das angeht ich hätte schon reinschreiben Präsident raus Leo bester Mann wir wollen Leo Leo CEO der Junge ist krass Leo bester Mann komisch dass ich das alle schreiben finde ich auch komisch tatsächlich finde ich auch komisch ach chat ich hoffe euch geht es gut ich hoffe dass es dir gut geht ich finde es geil dass du jede Woche da bist ja finde ich auch cool richtig geil sogar also es gefällt dir richtig gut ja ja sonst würde ich nicht kommen ja vor allem ich finde es auch gut ich weiß nicht ob ihr da auf meiner Seite seid ich finde du holst Marcel noch ein bisschen runter oder fallen viele Ausdrücke nein 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 der wird natürlich laut so aber er beleidigt viel weniger ja gell das ist gut aber die letzten Streams ging verdächtig schnell aus von hier richtig ja wenn Gunner die Scheiße spielt dann macht Marcel dieses Stream aus genau genau so habe ich es nämlich auch mitbekommen Leo guter Einfluss vielleicht sollte er mal bei der Mannschaft sein das stimmt allerdings ich war gerade eben bei der Mannschaft wir haben schon ein paar Deals gemacht du hast Deals gemacht inwieweit Deals also der eine hat mir letztes Mal versprochen dass er ein Tor macht als ich mit dem Foto gemacht habe da war das noch gar nicht so dass ich Manto kenne und so hat er gemacht haben wir heute wieder gemacht dass das wieder macht und er meinte er macht heute wieder Tore und wenn wir wenn Gunner Jean Tore spielt dann müssen wir beide an die Scheibe kommen und auslasten das ist hier immer so ein Ding die Tür geht immer auf Leute wollen von einem was zudem lasse ich nicht von fremden Menschen belauern hier im Chat in der Schule alle sprechen mich an also wirklich die ganze Schule kenne ich und dann werden so in Klassenchats und so werden so Videos reingeschickt wie letztes Mal äh Knossi soll leise sein und so und ähm dann kommen plötzlich so Jungs aus keine Ahnung siebte Klasse oder so die haben vorher nix mit mir zu tun und jetzt kommen wir auf einmal so ey Leo was geht gib mal boh das ist nun mal und so also so komplett komisch aber jetzt weißt du so ungefähr wie das dann so ist ne das Leben weil so im Endeffekt ist es ja übisch also wie findest du Verhalten bevor ich meine Meinung sag ich find's also man kann so ja hallo bist du nicht der von Montes Streamer zu sagen aber dann jetzt irgendwie so zu kommen und dann plötzlich so komplett nett zu sein und ähm ja ich find's nicht nett ja ich find's also ich find's ich find's wirklich heuchlerisch ja alle leidisch Leo ja da muss man wirklich aufpassen ist halt wirklich so ne vor allem am Anfang machen die vielleicht auch immer auf nett aber dann wenn die merken ja okay so du bist halt daran nicht interessiert weil ne das macht dich ja nicht aus du bist du so du bist nicht der aus dem Stream sondern du bist du so das da die Stimmung kippt aber da musst du wirklich aufpassen so ja aufdringlich das ist aber krass Chat da seht ihr mal was für eine Auswirkung sowas einfach wie schnell das sein kann auf einmal die ganze Schule gefühlt kennt einen weißt du ja vor allem du hast ja noch einiges vor dir in der wievielten Klasse bist du jetzt Fünfter Fünfter auf dem Gymnasium Gesamtschule Gesamtschule ja da ist noch ein paar Jahre vor dir halt ne aber ich finde das ist jetzt so meine Meinung du machst es richtig gut mit dem Mikrofon weil viele checken das ja nicht wenn ein Mikrofon vor dir ist dass die halt relativ nah am Mikrofon sein müssen du bist jetzt auch nicht seit letzter Woche da aber das finde ich sehr angenehm was ist Gesamtschule fragt Kieskauer Kieskauer sein Ernst Gesamtschule ist da kommen alle Kinder hin Mischung die Gymnasier ich kann es nicht aussprechen die Empfehlung dafür haben so wie ich und dann kommen auch Kinder die eigentlich auf eine Realschule gehen sollten oder auf also das sind so alle Kinder auf einmal die jetzt nicht auf Gymnasium oder Realschule oder so gegangen sind und dann später wenn es wenn es in die höheren Klassen geht dann kommt man in verschiedene Kurse man kommt dann in die die zum Beispiel gut in Englisch sind kommt dann in so einen Förderkurs quasi dass man in so einen besseren Kurs für Englisch kommt und die die ein bisschen schlechter sind kommen halt in einen schlechteren Kurs also nicht schlechteren aber in dem Kurs wo die noch mal mehr unterstützt werden meinst du genau das heißt die die vielleicht richtig gut in Englisch sind aber eine andere nicht werden in dem anderen fach unterstützt das alles ja vielleicht auf einer Ebene auf einem Level dann ist ja okay ist eigentlich ganz geil das Konzept oder weil so als ich zur Schule gegangen bin wurde halt darauf dann wenn du nicht gut im Fach warst warst du nicht gut im Fach so dann musst du halt irgendwie das ausgleichen mit einem anderen fach logischerweise aber ich muss sagen auch die Schule ist generell so die sind ich finde die sehr cool weil die fördert halt wirklich jeden also zum Beispiel es gibt bei uns in die frau und wo kinder hingehen die sich nicht so gut konzentrieren können oder als sehr laut sind vielleicht können ja auch nichts dafür oder so und dann können die halt in den anderen raum gehen und können dann da ungestört arbeiten und stören die andere nicht das kann ja leo ich muss ganz kurz einmal los im stream noch unten aber ich bin gleich wieder da ja ja und er macht ja auf jeden Fall und er war schon mehr da kann es gut ja was macht was 18.45 in circa 10 Minuten Wie hast du Montel kennengelernt? Wir haben zusammen gegessen. Er wusste, dass ich fern von ihm bin. Dann haben wir ein Foto gemacht. Dann habe ich mich weiter weggesetzt. In einem Restaurant habe ich mich weiter weggesetzt. Und dann meinte, der setzt sich zu mir. Weil der wusste, dass ich fern bin. Und dann kamen halt auch noch so andere Kinder und meinten, darf ich mich auch dazu setzen? Bayern oder Dortmund? Bayern. Weil Montel ist auch für Bayern. Aber ich weiß es nicht. Bitte stellt nicht so viele Fußballfragen, weil ich kenne mich gar nicht aus. Gar nicht. Leo ist schon mal guten Style. Danke. Ad Leo. Nur der FC Köln? Tommy. Richtig. Tommy 97. Was mein Lieblingsfach in der Schule, habe ich schon hundertmal gesagt, Projektwerkstatt. Döner oder Burger? Ich... Früher, ne? Bis vor zwei, vier Wochen... äh... Da habe ich gar kein Döner wirklich gegessen. Also ab und zu mal, aber ich mochte, warum könnte Döner jetzt mag ich, Döner? Aber Burger auf jeden Fall. Ja, BVB hat ja mit, ähm... hat ja mit Köln, äh, Fanfreundschaft und deswegen BVB auch gut. Er ist Müsli in die Schüssel oder er ist Milch in die Schüssel? Was sagt ihr, Jett? Er ist Müsli oder er ist Milch? Er ist Zahnpasta, genau. Das ist die richtige Antwort. Er ist Zahnpasta. Also... Was dachtet ihr jetzt, Milch oder Müsli? Erst Zahnpasta, Junge. Es kommt erst Müsli in die Schüssel und dann Zahnpasta. Nein, äh, erst Müsli und dann Milch. Und alle anderen... Sorry. Sorry. Mit euch kann man nichts anfangen. Nutella mit oder ohne Butter? Aber beides ist mir eigentlich egal. Zahnpasta mit, Butter oder ohne? Definitiv mit. Schmeckt viel, viel besser und reinigt auch deine Zähne noch mal hundertmal besser, ne? Sind deine Eltern auch am Start? Ne, mein Vater war gerade eben hier und hat kurz, äh, Montee, äh, ja gesagt. Montee kommt, Leute, sagt alle, dass ich besser war, okay? Montee kommt jetzt rein, sagt alle, dass ich besser war, okay, bitte. Hat es wahrscheinlich hier die ganze Zeit alleine gelassen? Nein, der kam kurz vorbei, aber der muss jetzt wieder runter. So, Chat. Wie, der muss wieder runter? Ja, der muss, äh, noch in irgendeinem anderen Stream. Ihr seid solche Schleimer. Wer hat angeschickt, wie er das Leo-Bester-Mann schreibt, wenn ich komme? Hast du das gesagt? Ich hab dir das gesagt, weil die haben das gesagt, der zu weg warst und meinte, ja, danke, aber sag das gleich, wenn Marcel wieder da ist. Äh, weißt du, wen ich gerade... Nein! Oh, Gott sei Dank. Oh. Wisst ihr, wen ich gerade unten getroffen hab? Das war ein absolut geiler Moment. Ich hab gerade getroffen, den kennst du, glaube ich, nicht, äh, Lehmann. Vom Hören, aber... Jens Lehmann. Jens Lehmann hab ich gerade getroffen und die Hand geschüttelt. Der hatte überhaupt keine Ahnung, wer ich bin. Also der wusste wirklich gar nicht, wer ich bin. Ist auch vollkommen okay. Den hab ich gerade getroffen, der ist hier. Sehr sympathisch. Und extrem, muss ich wirklich sagen, extremst gut aussehend. Der hat eine richtige, heftige Aura. Ihm hat nicht gefallen, dass ich Bayern München-Fan bin, aber den hab ich gerade getroffen. Ja, der hat... Der hat... Der hat eine richtig heftige Aura gehabt. Warum klingelt mein Telefon jetzt wieder? Warum kann ich nicht annehmen? Was soll das? Mein Telefon ist schrott. Ich kann nicht annehmen. Display funktioniert nicht. Jetzt geht's. Mülltonnen. Scheiß, der iPhone. Ja. Nein. Theoretisch gesehen, ja, aber ich glaube, dass das etwas nicht passen würde. Ehrlicherweise. Also einfach, weil das komplett andere Welten sind. Nee, muss nicht. Nee, alles gut. Ich arbeite danke dir, Prof. Ciao, ciao, ciao. So. Okay, unten sind unsere Cheerleader. Den hab ich heute gerade nochmal hallo gesagt. Achso, wir können mal ganz kurz... Hier, das nochmal... Warte mal, einmal müssen wir kurz den Cam-Link neu starten. Wir sind sofort wieder da? Ja. Achso, okay. Okay, alles klar. So, wir sind wieder da. Gut. Was war das denn, Digga? Hä? Jumberry Beste. Mag ich auch sehr gerne den Geschmack. Warte mal, sehen wir unten schon die Performance? Moment. Was ist das? Warum ist das nicht zu sehen? Scheide mich für B. Was ist das denn? Warum läuft ein Video von Orange im Orange? Was ist das denn? Was ist das? Raten reicht leider nicht. Letzte Woche gewonnen in der TK Half-Quest. Das ist das Trikot von Calcio. Wollte ich nur kurz euch mal zeigen. Wir kommen ja noch als Gleiche anziehen. Aber wir bleiben drinnen. Stimmung ist schon voll da. Warum sitzt Sascha da unten und nicht hier oben? Ja, ich weiß. Was soll das? Lukas und Lars haben uns verraten, wir haben sich keine Spiele von euch angeschaut. Habt ihr euch mit den Potatoes beschäftigt? Ja. Warum sitzt er da unten und nicht hier oben, Alter? Das ist auch wieder mal so abgehoben, ne? Ja, ich bin, ich weiß auch nicht mehr. Mein, gefühlt, mein Platz als Kitzepräsident ist nur noch am wackeln. Ich komme jede Woche hierher und es könnte jedes Mal auch die letzte Woche sein, ehrlich. Dann fragt ihr mich noch, ich komme rein. Es geht direkt los. Ja, wie ist denn jetzt vorletzte zu sein? Ja, wie soll es schon sein? Ich bin vielleicht nächste Woche nicht da. Was für eine Frage. Ich glaube, es wird Zeit, dass Gönnergy mal ein Spiel gewinnt. Und ich finde, Sascha hat das auch verdient für seinen Einsatz hier. Und natürlich, dass er das hier aushält. Und passenderweise kommt deine Mannschaft jetzt aufs Glück. Genau, und damit bitte zur Stimme der Border League. Das ist Robby. Hallo, ihr Lieben vom Kommentatorenplatz. Was für eine Stimmung hier gleich schon zu Beginn. Das ist ja wohl eine Frechheit, Digger. Geht es mehr oder weniger auch schon um alles hier in diesem Spiel, in diesem Opener-Game. Nee, das ist eine Frechheit, sage ich ehrlich. Er hat mir geschrieben unter der Woche, er hat gesagt, er hat gesagt, so am Freitag hat er gemerkt, es geht doch, er ist dabei, ganz wichtig für Gönnergy. Und dann macht sich hoch und setzt sich vor die Kamera und wir machen hier Team-Management. Ich sage es auch noch nie, nachdem wir irgendwann eine eigene Einheit benannt werden, glaube ich. Einmal Popo rausschrecken, gleich ein Willsschrei. Und da ist er auch zu sehen. Der Dylan hier oben, der Kommentatoren. Was heißt hier oben? Wir sind hier unten direkt am Spielfeld dran. Hast du Angst, dass wir gleich hier einen reinbekommen, sonst parierst du den weg, oder? Nee, ich glaube, dafür bist du auch da. Ich glaube, das kriegst du auch alleine hin. Da wurde eine Frechheit. Okay, ey, wir müssen heute gewinnen. Ja, Maxi Beister läuft rund, auf jeden Fall. Sehr laut, was meint ihr sehr laut? Unsere Stimme oder die Gegner? Also, so besser? Gutes Spiel. Okay, let's go, Chat. Das wird zwei herrheben. Gönner, die. Lässt sich was einfallen. Auf jeden Fall. Von Woche zu Woche wird jede Woche besser. Und es macht richtig Spaß zuzugucken. Ich habe wirklich aus Respekt. Und damit geht's gleich los. Doch, kann ich. Jawohl, das ist die Vodafone 5G Live Game. Sie fängt ein, Max Rilschrei und Maxi Beister. Die beiden Stoßschwürmer. Ich habe zum Schiedsrichter gesagt, er soll heute besser pfeifen. Dann haben wir gelacht und haben so getragen als besten Chats. Aber eigentlich meine ich das echt ernst. Der Protatos. Schiri Baba Grafati ist bereit. Und dann können wir eigentlich jetzt diesen Spieltag starten. Es geht ins Eingemachte. Die Protatos in den roten Jerseys. Die Mannschaft von Sascha Hellinger. Und Montana Black in den weißen Jerseys mit den grünen Hosen. Die Protatos zunächst von rechts nach links. Und da ist er, die Maschine hinten im Tor bei den Protatos. Der Pascal. Pascal Vivroth, was sagst du als Torhüter, mein Lieber, zu ihm? Der macht so vieles richtig. Und es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Man kann auch von allen Dingen was lernen. Und vor allem von ihm als Charakter. Dieses Crouchen ist brutal. Generell, wie wichtig sind die Torhüter, mein Lieber? Oh, die Torhüter sind gerade auf diesem engen Feld sehr wichtig. Man kann die einbinden als Überzahlspieler, als Coaching-Hilfe. Ist das so besser? Es gibt ja auch richtige Männer hier am Start. Und solche Typen draußen im Fußball auf jeden Fall. Natürlich gibt es Abseits. Wenn der Dalltag vorpasst. Ja, ist gut. Und die halten hier auch sehr viel, muss man sagen. Ja, vor allem. Es gibt ja drei gute Torhüter hier, sehr gute. Die Woche, die Woche hier aufhalten. Guck mal, da stehen in deren Block 30 Männer. Und bei uns sind die Cheerleader. Aber wir sind lauter. Wir haben es mehr als verdient. Diese Tröte nervt übertrieben, Läger von denen. Ihr seid etwas leise. Ja, dann macht Sascha einfach so hier. Dann spreche ich irgendwie ins Bickel. Okay. Erste Chance hat Niklas nicht, ja? Ist kein Problem. Chats, ihr wisst es. Wie jede Woche drei Punkte wichtig. Diese Woche umso wichtiger. Jedes Mal, wenn wir eine Niederlage holen, ist es noch eins wichtiger, dass wir gewinnen. Die Cheerleader wieder laut am Start. Guter, schöner Pass. Und lauf, mach die Meterbeißer. Schieß! Ja, nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ich dachte, der ist drin. Ich dachte, der ist drin. Schön auf Schuss, aber. Ja, ja. Die müssen die Tröte verbannen, Alter. Die scheiß Tröte ist sogar... Wir sitzen hier mit einer Scheibe getrennt. Ich höre die Tröte, als ob sie neben ihr ist. Die Tröte ist echt laut. Das war unsere erste Ecke. Erste Ecke, erste Ecke. Wir müssen die heute wegflixen. Super, super. FAUL! Gib rote Krate, Schiri! Hast du dich unten gerade noch mit Jens Lehmann unterhalten? Ja. Warum? Warum nicht? Ach so. Jens Lehmann ist eine absolute O&G-Legende. Stimmt, du bist ja auch Torwart. Hatte ich vergessen, tut mir leid. Entschuldigung. Das war's, bleib unbedingt dran. Ganz am Ende aller Spiele. Ja, heute ist er Eilt und da. Hast du jetzt roten, Leo, gerade? Warte, 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 warte. Ey, der Top, der Schiri an der Seite aussieht aus wie unser Mitspieler. Schon wieder. Er steht auch so ready da. Ich dachte, das soll ihm passen. Wer ist von... Die Potatoes habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Also ich weiß, dass die mit... Ja, ja, die sind mit vorne dabei. Die machen gut Meta immer. Den haben wir. Schön. Keine Hecke. Keine Hecke. Nein, nein, nein. Ja, Chad, das Problem ist, wir haben hier nur zwei Mikrofone. Entweder rede ich oder Sascha redet. Leo hat das Mikrofon hinter uns. Auch wenn er nicht redet, ist gut, dass wir das haben. Komm, komm, mach ihn. Schade. Ich gebe Sascha das Mikrofon rüber. Ich halte mich ein bisschen zurück. Du kannst mal... Das musst du schon wollen, ne? Ne, ne, Leo. Aber auch ein bisschen was erzählen. Ja, ja. Warte mal. Guck mal, unsere 80 Krasnitschi... Wie heißt der Krasnitschi? Krasnitschi, genau so rum. Krasnitschi. Ey, so ein... Einfach eine Giraffe mit so zwei Meter langen Beinen. Schöner Ball, den hat er. Schieß, komm. Ey, Beister im Sturm gefällt mir, ne? Der macht manchmal... Der ist super, aber er wurde auch im letzten Spiel gar nicht richtig zur Geltung gebracht, leider. Ja, wenn du... Ja, wir haben halt einen... Er ist halt mit unser einziger Stürmer, finde ich, der auch mal schießt, ne? Der muss mit... Oh, oh. Oh, nein. Schön hat... Ey, Schiri! Willstrei gegen Dönmes. Den Job hab ich mal übernommen. Aber machen die Chiri ja nix. Und zwar bezahlen wir die, Mann. Bezahlen wir die? Weiß ich nicht. Der schlägt ja durch. Schieß! Der Torwart, dick! Chat, habt ihr das gesehen, wie der Torwart den gehalten hat? Chat, habt ihr... Habt ihr... Habt ihr gesehen, wie er den gehalten hat? Es kann alles passieren... Was? Leo, siehst du... Leo, hast du die Parade gesehen? Ja. Leo, siehst du was? Ich hab... Ich gucke hier auf... Die Chance soll nicht vorbei. Hacke! Kassici! Tschüss! Ah! Tschüss! Oh, Mann! Keiner zu viel und abseits. Rutsch mal ein bisschen rüber, Leo. Komm hier in die Mitte. Du sollst auch was sehen. So, kannst du jetzt was sehen? Ja, ja. Ja, ich... Warte, warte, warte. Setz du dich hier hin, ich setz mich da, dann kannst du das Mikrofon dichter, dann sieht er auch besser. Komm. Ja, ja. Du kannst auch was, Michael. Und zu sehen, dass du das Mikrofon dichter, dieser Versuch, das Aufrufspiel... Ich will euch nicht so viel beleidigen. Sieht dich überhaupt nicht mal. So, jetzt siehst du gut, Leo, ne? Ja. Und dann kommt immer dieser Dergen dabei. Okay, du musst halt, wenn... Ja, ja, der muss halt ein bisschen aufstehen, wenn... Wir sehen, aber ich sitze auf Kramer. Es ist eine Waffe. Absolut. Ey, da kommt doch einer, immer noch Reimen, sagt sich irgendwas mit Parfüm. Bitte, ich kann's nicht mehr hören. Äh, Ecke, Ecke, zweite. Zweite Ecke, ne? Ja, ja, zwei. Zweite Ecke, Tön. Wichtig. Schon super. Wichtig. So viel hatten wir letztes Mal in der zweiten Halbzeit erst. Okay, super. Zwei Ecken ist top, Chat. Im 1 gegen 1, äh... mit Max Beister, der... Langer Ball, kommt nicht an. Ah, Charlotte zu groß, ne, die 20 von Potatoes sind's eine Wiese. Ja, die drehen auf, die drehen auf! Ruhig, ruhig! Ja, gut, 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 gut. Vielleicht ein bisschen egoistisch gelöst, wäre besser gewesen. Krasicci. Ne, ist nichts, leider. Ist nichts. Ruhig, ruhig, ruhig. Hey, nichts! Schiri, nichts! Dritte Ecke! Dritte Ecke! Dritte Ecke! Dritte Ecke! Dritte Ecke! Dritte! Nein, Dritte! Dritte! Dritte Ecke, glaube ich, ne? Dritte! Dritte! Dritte Ecke! Dritte Ecke! Leo, drück die Daumen! Dritte Ecke! 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 Du verstehst nicht! Wir haben... Ja, egal! Egal! Wir hatten schon drei Ecken, die Gegner haben nicht eine. Ich bin happy! Vorkam ruhig, Vorkam ruhig! Ohne den... Wir! Ja, ja! Stürmerfaul! Boah, Digga! Das hätte er... Ach, Digga! Ja, 1-0-Führung, weißt du selber, ne? Oh, 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 oh! Ruhig lesen! Lösen! Keine Ecke! Keine Ecke fabrizieren! Ja, was ist das? Ruhig! 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 Vorkam! Nimm ihn an! Schön! Ne, ich glaube nicht! Oder? War ja nicht abgefälscht. Wäre der reingegangen, also... Ich habe ja auch das Gefühl, manche schießen auch mal für den Clip dann auf Instagram noch. Marcel, nochmal kritischer Blick zu den Schielidern, die sind ruhig. Ja, Digga, voll ruhig! Wir machen doch mal was, Schatz! Hey! Zum Glück guckt die nicht, wenn ich... Mach doch! Allerdings ist dann keine Anspielstation vorne. Dafür jetzt Gönnergy vorne mit Leandau 15, mit der Elf vorne drin. Ja, wir sind noch bei den Protators. Protators, Entschuldigung. Ähm, auch die Wege ohne Ballen, die sind ja sehr entscheidend. Die Ballen müssen schaffen. Spieler müssen reinlaufen. Ich habe das Gefühl, wir... Ja. Wir sind auf jeden Fall besser. Ja, ja. Oh, sowas ist immer so gefährlich, Mann! Das ist wieder eine Chance für den Gegner. Einfach spielen. Und jetzt bitte schnell! Konter! 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 Ruhig! Schön! Schieß! Oh! Erste Ecke wieder! Erste Ecke! Schön und Schluss! Weiter so! Weiter so! Weiter so! Warum sieht unsere 91 aus wie Moji, Alter? Für alle, die sich fragen, wie Moji ohne Maske, ohne Helm aussieht, genauso wie die 91 für uns. Mann, mach doch mal was! Hallo! Ja, ja, egal! Der wird sich nochmal beschwerfen entschieden. Der wird sich nochmal beschwerfen entschieden. Immer eine Parade wert. Und auch wichtig sind wir hier im Aufbauspiel. Hoffentlich werden die bezahlt! Der ist gerade so! Das ist aber manchmal so, ja. Also das ist auch Tagesform. Oh, Mann! Ey, habe ich es vermisst hier zu sein, ne? Oh, ey, sag doch was, Leo. Naja, ist gut. Ich habe es wirklich vermisst hier zu sein, Marcel. Ja. Er ist auch immer derjenige, der sich am meisten ärgert. Endlich wieder Stimmung. Ja, ja. Das ist, das ist, ey. Vor allem das wäre, weißt du, einfach ein Penalty 1-0. Einfach zack, wir liegen 1-0 vorne. Gamechanger scheiße. Oh, Furkan. Oh, das sind zwei Minuten. Ich glaube, das sind zwei Minuten für Furkan. Wenn wir nicht zwei Minuten bekommen, gut. Ja, okay. Bleibt stehen. Er geht von hinten rein, glaube ich, ne? War schon unnötig, ja? Ja, ja. War schon unnötig, ja? War schon unnötig, ja? Ja, ja. War schon unnötig, ja? War super, ey. So reinzugehen ist schon. Ja? Ja? Ja, ja. Jungberry Jam, guter Geschmack. Okay. Aber ich sag dir ehrlich, White Peach besser. Für meinen Geschmack. White Peach ist krass. Habe ich auch schon ein paar Kollegen gehabt, die es genau dasselbe gesagt haben, ne? Kein Tor. Nein, nein, nein. Ruhig, ruhig, ruhig. Keine Ecke auch fabrizieren. Schön, 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 schön. Ja, nichts, 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 nichts. Keine Ecke, kein gar nichts. Ja, will mit der Schulter annehmen. Ja, der Max redet ja extra so laut. Max, wir hören dich. Bring ihn, bring ihn, schön, Furkan. Ruhig, mach ihn selber. Mach ihn! Ja! 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 Bye-bye, Rio! Let's go, Jed! Let's fucking go! Zack! Von Furkan, schön gemalt. Ja, geh mal� down die Hand. Leo, geh mal her. Und deinen Partner rüber? Und dann eben, dass du so nen so unqualifizierten Dreck gehen soll. So, genau so. Ah, der Träger für den Mann aus der Westfalen. Oh, mein Gott. Das gefällt uns hier gar nicht da drüben, die Provisatoren herkennen. Leo hat gesagt, dass die Welt gewinnt. Vor allem gegen den kleinen Jungen kannst du nichts sagen. Warte, wir drehen auf, wir drehen auf. Gut gemacht, Leo. Beister, geh rein, Beister, geh rein, schön. Schön, ruhig, 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 ruhig. So, jetzt das 2-0. Jetzt brauchen wir das 2-0. Boah, ist so geil. Weißt du, gegen Leo kannst du ja nichts sagen. Was willst du gegen den kleinen Jungen sagen? Kannst du nicht. Jetzt nicht aufdrehen lassen, die Gegner. Keine Ecke. Ja, okay, ruhig. 1-0 für uns, ja, Ecken. 1-0 für uns. Okay, jetzt die letzten 30 Sekunden vor dem Gamechanger, ne? Jetzt nochmal, ja, ja, die letzten 30 Sekunden schon, Bruder. Beister durch die... Schön, Alicic, mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. Oh, bitte, bitte, bitte. Ah, Meister, das... Ja, 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 ja. Ja, Meister, das... Du musst jetzt keinen Fall erfallen vom Gamechanger. Ne, ne. Was für ein Typ hinten in der Kiste... Ey, ich sag dir ehrlich, die Jungs haben auch mein größteres Backteam dieser Halle. So 10 Minuten ist die Hölle, ne? Ich hab vorher gespielt, Marcel, gegen Marc. Ey, das ist... Ey, das ist... Und luft dir noch einen schnellen? Nein, ey! Ecke! Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Wieso? Ich glaub nicht, oder? Ich glaub nicht, abseits, doch doch, klar. Weil irgendwas ist doch abseits befreit, Chad. Ne, abseits befreit ist bei dem speziellen Modus. Ah, ich dachte, es gibt auch, weil irgendwie... Wenn du Abstoß hast, kein Abseits. Ne, ne. Sascha, man sieht, dass du trainierst. Ich weiß nicht, wo du siehst. Würdest du ihm anerkennen, dass er trainiert? Ey, ich hab... Ey, das ist auch locker, ne? Ich wüsste nicht wohnen. Beine, nur Beine, nur Beine. Ja, komm. So, hast du's für einen Moment, was kommt denn jetzt? Plus One. Ist es Plus One jetzt gerade? Steht da. Wo? Da, bei den Werbungen. Achso, Plus One. Okay, hab ich nicht gesehen. Oder? Was ist nochmal... Plus One ist, äh... Zwei gegen zwei. Und wenn es gegen einen Tor macht, kommt für beide eine Tor. Ja, 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 okay. Die Truppe von Kontraka und Felix Lobrecht nachher gegen die Käfig-Liga. Ja, ja, ja. Also jetzt... Ihr kennt die Regel nicht. Der ist ja auch nur ein... Alles einmal im Monat hier. Ja... Ey, übertreibt man nicht. Ich war immer... Ich war jetzt im Urlaub, was soll ich machen? Ich weiß, dass er... Bei irgendeinem Ding gibt's keine Abseits. Ich dachte, das ist das jetzt. Mann. Ja, dürfte ein zweiter Felspieler zukommen. Sieht nicht schlecht aus für die Gegner. Ja, den macht der. Pfosten! Ja, 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 renn! 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 Ockhan! Renn! Ockhan! 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 Nächst Einwurf. Nächst Einwurf. Ganz wichtiges Ding. Ganz wichtiges Ding! Aber man muss zurück zum Torwart. Ja, ja. Ey, wo aber Ockhan auch schießen will, das ist auch schon ein bisschen zuversichtlich. Ja, gut, aber er sucht nicht den Abschluss. Ja, ja, auf jeden, aber trotzdem. Nein, nein, Bruder. Danke dir. Das ist eh schon viel zu heiß. Ja, Ockhan. Ja, okay. Nutz auch's, Ockhan! Mach ihn, Jungen! Ja! 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 Wichtig! Und die kommt fort! Oh, Freunde. Er hat wirklich das Tor geschossen, Leo, wie er gesagt hat. Kein Foul! Marcel hat einfach vor Freude einfahren lassen. Ja, ging nicht anders. Ey, Mann. Das ist wirklich... Das ist krass. Okay, ich glaube, Gegner haben Ecke bekommen. Nee, ich glaube nicht. Oh, keine Ecke. Keine Ecke? Okay, okay. Die Jungs müssen jetzt auch ein bisschen in die Liga hinunterlaufen lassen. Ja, ja, ja. Schöner Ball! Ockhan, schöner Ball! Ockhan, mach ihn! Schade, egal. Guck, 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 guck. Schöner Ball! Schöner Ball! Oh! 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 Scheiße, Foulkan. Oh! 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 Jetzt spielen wir gegen einen weniger. Das ist zum Kotzen, bis wir ein Tor bekommen. Ja, das ist ja so dumm. Was soll denn eine Anleitung in dir an? Das ist ja so eine dumme Regel. Wenn wir jetzt ein Tor bekommen, darf wieder einer aufs Spielfeld. Das lässt sich nicht verhindern. Das lässt sich nicht verhindern, dass wir jetzt ein Tor bekommen. Oh Gott, wo schießt er den hin? Und es ist zu Ende die Zeit? Nein, noch nicht. Warum kommt da Musik? Das check ich auch gar nicht. War, glaube ich, Fehler. War Fehler der Regie. Genau so, Max! Nein, nein, nein. Ja, ruhig, ruhig, spiel nochmal da hinten. Wie zurück zu Torwart! Hey! Zwei Minuten, ja, ja, ja. Ich will ihn runter, Junge! Zwei Minuten. Danke dir, Max! Gibt aber keine zwei Minuten. Geh mal runter, du Arschgesicht! Geh doch nicht witzig, das war ein Schimpfort. Ne. Ach, da wird die Zeit jetzt angehalten. Ja, letztes Mal wollte ich einmal die Zeit angehalten für uns. Chat, ähm, kleiner Tipp, auch noch den Stream von Max grad aufmachen, weil ihr findet auch viel Gespräch zwischen den Wänden für den Start. Aber genau in seine Richtung wieder geht. Und das ist die Reakt. Weißt du was, sollte man was sagen, was es für Vibes gibt? Angela Merkel, 2014. Auch die Chile da am Start-Out-Chat, wie man sieht. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir müssen die Zeit runter spielen. Oh, 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 was? Gehört! Oh, 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 oh! Gehört! Egal, scheiß, egal. Wir sollen noch Thomas! Oh, oh! Jaa! Gut, jo! Hey! Schick ihn schlafen, Junge! Digger, hat er den gefickt. Ja, nein, also Leo hat doch Kopfhörer auf, er hört doch nichts. Ja, deswegen hört das ja erst recht, er hört ja uns. Achso. Es gab Verbindungsprobleme. Was? Es gab Verbindungsprobleme. Warum hast du als Dizeprisi nicht unterstützt du mich? Nein, ich unterstütze mich auch indem ich sage, hier, gang zurück. Aber es war ein überkrankes Tor, ne? Das ist egal. Halbzeit. Willst du runter mit der Kamera noch schnell? Ne, ne? Was ist ja Wahnsinn. Ne. Geh du schnell, geh du schnell. Ne, ich bin fertig. Ah ja, okay, dann. Willst du zweite Halbzeit unten drücken, oder was? Ne, ne, ne. Ne, du hast nichts gehört, ne? Ey, Chats. Geh schnell so runter. Ja, ja, geh schnell runter. Ich mach jetzt noch weiter. Wie bitte? Götter ist das Spiel. Willst du nach vorne? Alter, was eine Halbzeit. Sascha, heute läuft's. Ey, ich freue mich nicht zu früh, ne? Also ich, das heißt, 3-0 Führung ist geil. Aber, ey, ey, erst am Ende kann man sich freuen, finde ich. Also, ne? Also jetzt grad, klar, alles super. Aber ich hab keinen Bock, einen Höhenflug zu haben. Und dann am Ende nach der, äh, die pfeifen Marcel aus, die Fans von den Protatos. Ich habe keine Lust am Ende halt, ne, dass die Laune wieder unten ist. Das ist deswegen. Sehr gut, aber erst am Ende, ne? Am Ende der Jagd, richtig. Aber das, 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 das eine Tor war überkrass. Wie er, alleine lässt er zwei stehen und macht ihn dann noch in den Winkel. Zumindest von hier sah es so aus mit Winkel. Crazy. Nur 2-0 gefährliches Ergebnis. Ja, stimmt, steht ja 3-0. Ja, krass. Wirklich geile, geile erste Halbzeit, ne? Klar, die zwei Minuten ist doof, aber dem Torwart von den Protatos geht's ja zum Glück gut. Aber, ey, auch, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich war ja unten, äh, vor dem Anpfiff im Interview. Da ist dann immer so abgehobene Aussagen mit, ja, die Gegner haben noch nie ein Spiel von euch verfolgt. So, weil die denken, ja, wir spielen gegen Gönnergy. Ähm, juckt nicht, aber 3-0 ist dann schon mal eine Ansage, ne? Und dann hat sich Gönnergy nach und nach immer häufiger belohnt. Hier sehen wir nochmal eine andere Chance. Ja, ja. Aber daran sagt man immer so schön, aber daran liegt's ja nicht, ne? Aber das ist auch so, glaube ich, von Woche zu Woche ist es halt wie Kopf oder Zahl. So wie das Spiel verläuft oder wie gut halt jetzt wirklich die Mannschaft funktioniert. Easy. Wie steht's in der Tabelle aktuell? Ja, Reiter Jakob, das ist ja das erste Spiel am Tag. Ich glaube, mit einem Sieg wären wir halt jetzt nicht mehr Vorletzter. Meine ich. Meine ich. Ich glaube, wir wären dann halt, keine Ahnung, vielleicht siebter, ne, nicht mal, achter, neunter oder so. Da hat der Chat gefordert rot. Okay, pass auf. Ist das dein Sohn? Ist das... Ne, ne, Digi, wäre das mein Sohn, wäre der schon tätowiert, der kleine Asoziale. Ne, überhaupt nicht, die haben gebutt, als du da gelaufen bist. Ja, ja. Ich hab gesagt, ich hab Zeigefinger gezeigt. Dann hab ich auch noch vorbeigegangen mit denen hier gemacht. Aber jetzt hier ja grad nicht im Neencamp, oder? Ja, genau. Aber alles entspannt, alles lustig. Die Jungs sind heiß, sag ich euch ehrlich? Ich hab Feuer grad bei den Augen gesehen. Ja, ja, ja. Die sollen aber noch... Aber heiß im Sinne von, dass sie noch mal eine hat. Ja. 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 Rechen. Ja, ja, ist klar. Rechen. Also die geben wirklich alles, um eben den Anschluss an die Top 4 nicht zu verlieren. Ja, sind alle ohne Zucker! Ja. Danke schön, ihr Lieben. Ja, vielleicht zieh ich mein Trikot gleich aus. Der ist die Beste. Wer weiß? Nein. Geh zu Wasser noch Zeit? Ja, ich will. Ja, ich will nicht. Hier, dann schnell noch. Ey, kein Ding. Kein Ding. Kein Ding. Ja, was ist... Was? Was hat sie gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Nix, was hat sie gesagt. Wir haben gerade schon mal. Ey, was? Ich hab da gar nicht... Redet sie wirklich so? Nein, nein, nein. Achso. Ich dachte denen nicht. Ich hab so den Jungs gesagt, die Augen, die zu ihnen aber nicht, die von Leo leuchten. Ja, ja. Von wem? Von Leo? Von Leo, ja, klar. Von kleinen Butchie. Ja, ja, ja. So, zweite Halbzeit. Die sollen unbedingt so weiterspielen. Beißer, hol den direkt runter. Wäre ein krasser Armpfisch gewesen. Ich war gerade so, wie ich sie geredet habe, dass es mich an Jens erinnert. Ja, ja, komm in Deutschland. Wir dürfen uns jetzt nicht abschießen lassen. Ich habe auch zu Jungs gesagt, noch ist nichts gewonnen. Auf keinen Fall. Habe ich auch Chat gerade gesagt. Noch ist noch nichts gewonnen. Erst am Ende. Am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. Ja. Dass wir auch noch einen Gegentreffer kassieren, ist gar kein Problem. Wir dürfen uns jetzt nicht ficken lassen. Nicht abschießen lassen. Filetieren lassen, wolltest du sagen. Nicht abschießen lassen. Ja, genau. Ich sage dir aber auch ehrlich, ich würde auch gerne mal die Toll-Differenz pimpen. Oh, hundertprozentig, ja. Von wem ist es das Team überhaupt noch mal? Von den Bro-Tatos. Weißt du das? Ja, von den Bro-Tatos. Achso, ja, stimmt. Bro, ich sage dir, kein Disrespekt. Null Prozent Disrespekt. Ich kannte die Vor- Davor kann ich die nicht. Ich bin ja nicht so in der Fußball-Thematik drinne. Tut mir leid. Es kann... Es ist gut, schön, Ockan. Schön. Leo, die spielen für dich. Ja, siehst du was, Leo? Rutsch, rutsch. Ja, nein, 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 geh doch nach vorne. Komm, Leo, komm nach vorne. Sascha, gib du ihm das Mikrofon, das ist deins hier. Ja, nein, nein, er soll nach vorne. Da bin ich gebieten, ich nehme du den Stuhl. Schön, Reiche. Wenn die hier... Super gehalten. ...aus der Hand geben. Schön gemacht, schön gemacht, Jungs. Oder sowas? Schön. Nein, er passt, 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 passt. Mach dir keinen Scheiß. So, wenn du guckst, wenn du siehst, perfekt. Ich sehe das Wichtigste und das ist das Tor von den Gegnern. Ich sehe wirklich alles, mach dir gar keinen Scheiß. Kommt, Jungs, lasst euch nicht jetzt reinspielen. Ja, ja, der Tor ist sehr weit draußen auch. Aber ruhig, den haben wir, den haben wir. Okan, ja, das ist scheiße. Aber ich glaube, er... Links, 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 pass auf. Ja, ja, in der zweiten Halbzeit nur, ja. Aber die bauen langsam auf. Ich glaube, die hoffen auf Fehler von unserer Seite aus, ne? Schön, schön, ruhig. Ruhig, schön. Ok. Ja, egal, egal. Ja. Nein, nein, aber das war auch schon gut, ne? Der Spielaufbau, dann nach außen noch letzter Pass. Ist gut, ist gut. Ich merke jetzt schon wieder, dass ich leicht heißer werde, ne? Das ist jede Woche das Gleiche hier. Schön, wichtig. Ja, 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 ja. Okan ist da sehr bissig, ne? Wichtig. Schön. Und dem nimmt Okan mit seinem Gesicht mit und verzieht keine Mine, ne? Ein Kämpfer. Auf jeden Fall im Kader steht. Die Chilieder auch wieder, Marcel, die Chilieder. Auch mal bemerken. Ja. Einmal gespielt in dieser Saison. Mal schauen, was er jetzt hier auf der Sohne zaubert. Schön. Keine Ecke. Keine Ecke. Schön. Pass auf, hier unten, hier unten, hier unten. Aber es steht gut auf jeden. Schön, gut, richtig. Das sind Verzweiflungsschüsse. Ja, 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 ja. So, jetzt geht nicht anders. Der ist jetzt eh weit weg vom Geschehen, ne? Das ist jetzt Leo sein Problem, nicht meins. Zu null Sieg wäre stabil. Ja, der ist ja ganz, also wirklich, ich werde kurz die Luft anhalten. Das ist wirklich schlimm. Nein, nein. Du kriegst den Leck mit der Ulu-Regers-Karte in deine Fresse. Oh, 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 oh. Schön, richtig, richtig. Nichts, nichts, nichts. Sehr wichtig, ja. Schön Zeit. Knapp fünf Minuten rum. Ganz wichtig. Warte mal, meine Jacke ist da. Oh, du wichst, hast voll auf meine Jacke gebläht. Oh, sorry, Leo. Sorry, Leo. Nichts mal sein. Scheiße, ey. Voll auf meine Jacke gebläht, ist das widerlich. Schön, Reichel. Reichel dabei. Reichel dabei. Ich gönne ihm auch das mal, dass er heute ein bisschen ein ruhigeres Spiel hat, ne? Aber man soll auch wirklich nicht den... Ich weiß das Sprichwort nicht. Raus, einfach raus, einfach raus. Schieß ihn hoch, weg. Ja, 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 ja. Keine Abseits, er kommt angelaufen. Schieß. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mit dem Kopf macht er ihn. Wir machen den Kopfball so. High five, Leo. Scheiße. Geh, Mann. Ja. Ja. Geil, Leo. Ey, das einzige Team, was mit dem Kopf Tor gemacht in einem Halmfußball in der Border League-Chatt. 4-0, let's go! Wo seid ihr, Chet? Schön auch gemacht. Ja, 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 wir auch lagen, ja, genau, dass auch der den durchlässt, gar nicht in die Mitte zieht und so, top. Schön, du Reichel! Zeig dir eigentlich, ey. Super Pass, der Pass war sehr geil, auch dass er durchrennt, dass Ockern in die Mitte geht und auch mit dem Kopf, so geil, top. Komm, Chet. Ja, ja, was ist los? Schön, super, schön, 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 wir müssen jetzt einfach nur simpel runterspielen. Ja, ja, ja. Super, das machen die super heute. Wichtig, ganz wichtig, ruhig und abgepixt. Das war das Schwanz. Scheiße. Ey, nichts, 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 ruhig, 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 ruhig. Ja, ja, ey. Egal, zwei von der Uhr. Ja, ja, ja. Ja, 21, 30 haben wir auf der Uhr, Rudi. Ja. Und dennoch an alle Fans der Brotators, es ist hier noch nichts verloren. Lässt er schön durchschießt. Oh, Gott. Oh, Gott, Pfosten. Scheiße. Der war aus. Oh, mein Gott. Leo, ich muss mir wirklich angewohnt, ein bisschen weniger. Wenn ich mal fluche, gib mir auch mal einen Klaps auf den Kopf. Ja, ja, aber gib ihm den richtigen. Probier mal an mir, probier mal an mir hinter Kopf. Oh, mein Gott. Der war übelstabil. Der war gut, 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 das war gut, da habe ich gar nichts gewissen. Oh, dreht auf, dreht auf, ruhig, 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 ruhig. Ja, das Ding. Oh Gott, was ist denn gefallen, alles gut. Ey, 5-0, Chat, wo, 5-0, 5-0. Gut für unsere Tore-Differenz auch ein bisschen. 5-0. Ruhig. Noch fünf Minuten bis zum Game Changer. Nichts, 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 nichts. Das ist doch kein Foul. Ich schwöre nichts. Nichts. Einfach nichts. Das war einfach nichts. Wo war das so ein Foul? Ja, okay, das ist ein Foul. Ja, hab ich nicht gesehen. Das war doch ein Foul. Hab ich nicht gesehen. Das war natürlich eine hochinteressante Situation. Das war schon in der zweiten Reihe, so wie es sich gehört. Zwei Minuten Timeout. Das ist ja auch nicht meine Mods. Ey, hoffentlich macht ein Mod mit, ne? Rechts unten, rechts unten, rechts unten, rechts unten. Ja! Schön. Wichtig, Junge, wichtig! Ey, das ist deren erste Ecke. Was ist denn noch eine Ecke? Dann haben wir eins gegen eins wieder, ne? Und sag mal, da hat er es gut gemacht gerade. Gut geblockt. Ja, gut geblockt. Ja, sag ich doch. Ruhig. Schön. Ey, der Gegner geht nur noch auf Beine. Der eine Gegner von den Potatoes geht nur noch auf Beine, ne? Ja, egal, dann fliegt er halt, wenn er es macht. Ja, ja, ja. Die sind halt auch frustriert, Digga. 5-0 von uns weggeschossen zu werden, ist unfassbar frustrierend. Ja, ja, vor allem die freuen sich ja, ne? Die denken sich, ja geil, heute gegen Gönnergy. 6-0! 6-0, mach ihn! Jaaa! Wiederschauen! Und Reihnauun! Tschüss! Nach dem Süd. Ah, tschüss! Juhu! 5-5 Leo! Geis! Shout out, Digga! Und Krasnichi vom zweiten Zweifelfer! Wir haben ein bisschen noch den Potatoes Fanblock gewunken. und noch eine Ecke, da haben wir ein 1 gegen 1. Endlich freut er sich mal wieder. Die letzten beiden Male waren schwere Kost, bin ich auf und eck. Das war wirklich schwere Kost. Ich verstehe das, dass ihr das nicht vielleicht 100% nachvollziehen könnt, aber es ist mein Beruf, alles cool. Ich will mich nicht beschweren, aber ich fahre hierher 800, 900 Kilometer ungefähr. Klar, alles entspannt, ich will mich nicht beschweren, aber wenn du dann so weggeschossen wärst wie in dem vorletzten Spiel, dann fährst du einfach mit unfassbar viel Frust in der Brust nach Hause. Ich glaube, das kann jeder verstehen. Man kommt hier nicht hin zum Verlieren, sondern zum Gewinnen. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist doch klar. Vor allem, das ist ja auch unsere Mannschaft. Gönnergy auf der Brust, du willst, dass sie nach vorne gehen. 100% Sehr gut! 3-0! Ja, ja, ja. 2 Minuten bis... Ja, ja, genau. 2 Minuten bis... Ist doch eine Katze heute wieder... Ja, ey, Niklas ist einfach ein geiler Torwartschätzer. Ein richtig geiler Keeper, ja. Schöner Abschluss. Oh mein Gott! Was? Er will doch zaubern, Digga! Das kann man auch mal machen, wenn man 6-0 führt. Schön, Furkan. Halt! Lauf! Bitte! Furkan! Nur einer für der Saison, der Teich gelandet. Ja, ja. Furkan auch... Furkan ist... Furkan ist unser Spieler, der am meisten Feuer hat aus dem Nichts, ne? Ja, ja. Furkan ist auch einer, der holt sich die 2 Minuten. Leandro 15. Ist der Liebling auch von Stefan Effenberg. Ruhig. Schön. Zu locker, zu locker. Egal, pass, pass, pass. Ja, ja. Ja, ja, alles wichtig. Ey, meine Stimme. Schön. Ah, Ecke, wir hätten alle... Die Jungs wissen es nicht, ne? Die haben sich im Kopf zwei Ecken. Aber noch eine Ecke, da haben wir das 1-1. Gerade reingekommen, sehr geil, pass. Ich grüße dich, mein Lieber. Wie, äh, beim Spielergebnis, äh, vom, äh, Darmstadt letztens, wo sie zur Halbzeit 5-0 hinten lagen, äh, man sieht langsam Auflösungserscheinungen bei den Brotatos. Die sind da, die sind da. Und ja, ich hab's im Chat gerade gelesen. Schön, schön, schön gelöst. Super. Schön gelöst, ja. Wir haben aber hier schon von vor hoch gesorgt, nochmal. Ja, komm, abgebestet. Die beste Offensive der Lieder. Mach, geh, 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 geh. Oh, Ecke, 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 Ecke. Ecke, 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 Ecke. Ecke, 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 Ecke. 1 gegen 1, 1 gegen 1. 1 gegen 1, bekommen wir noch, bekommen wir noch, bekommen wir noch. Bekommen wir noch. In den Galaxy Minutes. Bekommen wir noch. Hallo. Hä? Dritte Ecke. Oh, jetzt gibt's Ärger unten auf dem Platz. Leo, einmal weggucken. Dann gibt's Streit. Einmal weggucken, Schlägerei. Ja, das muss nicht sein, Schatz. Doch, muss. Nein. Es trifft drinnen. Solange man sich nur ein bisschen schubst, ist okay. In die eigene Hälfte. Gut. Fast forward. Hi. Hi. Hi, Leute. Siehst du den 8er-Zuseck? Sie sind hier in der zweite Phase, Leute. So, die Gönner, die uns das hätten gerne noch, eine penalty gehabt, weil es hier die dritte Ecke gegeben hatte. Doch, ich find sowas dumm einfach nur, Chat. Ich find sowas einfach nur dumm. Ja, aber wenn der einen den beleidigt von uns... Weiß ich nicht was war. Ich sag so gut, guck mal. Am Ende ist es unnötig, bin ich bei dir. Aber solange man nur so ein bisschen verbal sagt, oh, und dann sich mal einen kleinen Schubser gibt. Gewalt auf gar keinen Fall. Aber ein bisschen Testosteron-Temperament gehört dazu. Solange es trotzdem sportlich bleibt und keine Gewalt. Ja, 100 Prozent. Gewalt ist nie eine Lösung. Aber ich versteh nicht, warum wir nicht die dritten Ecke... Wir müssen die bekommen. Ist das Abflug oder was? Nein, 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 nein. Der hat sich aber schon wieder beruhigt. Sandro ist auch rausgelaufen. Ja, 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 natürlich. Natürlich, ja. Daran auch gewartet, ja. Ja, Sandro hat der kleinste auch auf dem Feld, ne? Genau. Wenn der eine ausholt, das geht über Sandro sein, kommt weg. Ja, ja, ist so. Aber wir müssen das 1 gegen 1 bekommen. Aber ich bin mir einig, dritte Ecke. Ja, ja, dritte Ecke. Ich glaub, wir bekommen es auch, die diskutieren gerade noch. Ich glaub, wir bekommen es auch, die diskutieren gerade noch. Ja, 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 dritte Ecke. Da werden noch ein bisschen diskutiert, alles gut. Krasnici frisst den, wenn er will. Ja, 100%ig. Krasnici, Digga, mit dem willst du nicht ficken. Mann, Leo... Ja, ja, Leo. Stark. Krasnici wird ihn schlecht aussehen lassen. Ja, ja, ja. So, Leo, jetzt musst du ihn rankommen, Fan. Nein, Spaß. Ja, der dritte Ecke spielt er, ne? Ja, ja, hat er angezeigt. So. Alicci, komm, mach ihn. Mach ihn, Alicci. Ja, ja, Alicci, komm, ruhig, ruhig. Mach ihn für uns, für die Tordifferenz. Alicci macht ihn! Er macht ihn! Er macht ihn! Let's go! 7-0, high five, Leo. 7-0, er macht ihn so locker. Die Protatos fühlen sich gerade wie Deutschland gegen Brasilien, würde ich mal behaupten. Alter! Bruder, da gehe ich nachher runter und schüttel den so die Hände den Protatos. Also, das ist wirklich, also... Egal, es wird wirklich erst nach dem Spiel, ne? Ich will nicht zu viel reden. Was sind die Galaxianien jetzt? Fast forward. Also, du darfst nicht drückspielen. Bei 8.0, IRL Street von Sascha beim Training, kann ich machen, das ist kein Problem. Ey, der ist pissed. Guck mal, der eine von Protatos diskutieren am Schiri. Brudi, spiel einfach, ehrlich. Tut gut. Ah, ja, ja, ja. Ah, okay. Okay. Phil, ich hoffe, dir geht's gut, Brudi. Ja, es tut sehr gut. Es tut sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, was jetzt los ist, aber das ist also, wie gesagt... Ein bisschen Testosteron, ein bisschen Diskussion, okay, gehört auch zum Fußball dazu, auch wenn ich da nicht immer ein Freund von bin, aber ich glaube, wir alle wissen, das gehört zum Fußball dazu, aber Gewalt auf gar keinen Fall. Null. Ey, guck mal, was ist hier los? Ach, egal, nach dem Spiel, wie viel da hinten los ist, wie viele Gäste heute da sind, was geht da? So voll mittlerweile hier. Auch wenn ihr Tickets haben wollt fürs Finale, schaut da gerne vorbei. Ja. Die Gönnen, die Allstars können hier auf Lock die letzten drei Minuten angehen. 7 zu 0 werden die nicht mehr weg schenken hier. Naja. Wüstenberg mit dem Ballgewinn. Anan, hübsche Idee, aber sie kriegen nicht den letzten Abfluss rein. Wann ist Finale? Achter, Vierter. Ey, war nicht! Ja, okay, okay. Guck mal, was rennt ihr denn da? Was soll das? Das hab ich ganz genau gesehen, wie er noch die rennt wird hat. Ja, die sind sauer, Bro. Na gut, okay. Also, wäre ich auch, ja? Ja, die sind sauer. Wie lange noch? Äh, noch zwei Minuten. Die gehen gleich runter? Zwei Minuten. Ja, ja. Ich bleib hier oben und du gehst mit dir runter. Nein, geh du runter. Geh du runter zur Mannschaft. Ja? Ja, ich bleib hier oben. Aber ich muss, wenn du wieder oben bist, muss ich los zu Mark Gebauer, ne? Okay. Ja, Brodi. Willst du direkt danach dann los zu Mark? Muss ich sogar. Hast du dich gestern nicht mehr geschafft, oder was? Ne. Ich muss sogar. Boah, es wird technischer. Es wird härter. Es wird wilder. Spieltag 8. Alle wollen in die Top 4. Komm, Leo, wir gehen runter. Geht mal runter. Geht mal runter, ja. Ich komm gleich wieder. Ne, lass dir Zeit, ne? Feier mit denen, lass dir Zeit. Mach dir keinen Stress. Ich lass mich nicht feiern. Die sollen mit Leon feiern. Mit Leo, Mann. Leo und Leon. Mach schlaf, ich komm gleich wieder. Komm, Leo. Ey, nein, nein. Viel viel Spaß. Ja, jetzt geht er runter. Jetzt geht er runter. Heute, heute langer Stream. Chat, der Stream geht heute 24 Stunden. Also, ihr werdet hier mit Marcel noch die gesamte Border League heute sehen und die Heimfahrt. Meine Stimme ist so weg. Meister, mach ihn. Ah, schade. Schade, Chat. Wir könnten wirklich nach... Wir haben danach so... Meister, mach... Wir haben 7-0. Wenn wir das halten können, die letzten 50 Sekunden, Chat, haben wir nur noch eine Tordifferenz von minus 2. Wie krank ist das? Also nicht nur, dass wir Punkte holen, wir arbeiten auch an der Tordifferenz. Wir hatten die schlechteste der Liga bis jetzt. Schön, Krasnicki. Krasnicki. Doch, doch, doch. Mach ihn ruhig. Echt starkes Spiel. Wirklich, muss man sagen. Nicht nur in der ersten Hälfte, sondern komplett. Erste und zweite Hälfte wurde einfach schön gespielt. Ja. Keiner da. Sehr gut. Nachher noch Rundtuch von der Präsidentsuite. Ihr kriegt heute alles, Chat. Marcel hat so gute Laune. Ich bin mir sogar sicher, der wird noch seine Handynummer nachher preisgeben. Da können nachher noch einige von euch mit ihm telefonieren. Schöner Ball. Was denn? Hä? 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 Was war jetzt, Chat? Warum haben die jetzt auf einmal? Egal, es wird mir recht sein. Schöner Körperinsatz. Hey! Schiri! Es ist vorbei! Es ist vorbei! Let's go, Chat! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Wir haben endlich wieder ein Sieg! Schlagen die Gönner, die Allstars! Schlagen 15! GGs, Mann, Chat! Easy Clap! Ah, das ist easy weg, nur Clap! Easy weglassen wegen den letzten Wochen. Nur Clap! Sehr geil! Ey! Sehr, sehr geil! Leo unten mit Ockern, auch was für Bilder, ich hoffe ihr seht es auch. Ja, ey, die ganze Mannschaft, also zwei gehen zu Leo, alle freuen sich für Marcel. Übel gut! Übel gut, Mann! Ja, ihr seht's! Ihr seht's! Ey! Geil! Richtig stark, Chat! Richtig stark! Vor allem nach den letzten, ne, viele von euch haben es ja letzte Woche, vorletzte Woche alles verfolgt. So, allein dass der Stream jetzt noch an ist, gute Laune, fühlt sich echt top an. Auch für die Mannschaft bestimmt. Sehr, sehr geil. Zuletzt auch super, ja. Bilder der Erleichterung und wir hören mal rein hier! Leo hat von Anfang an einen Sieg geglaubt, bester Mann. Woche zu Woche liefern, geile Teamleistung, geile Herangehensweise. Jeder Einzelne, das nehmen wir jetzt für nächste Woche nicht wieder einen Schritt zurück. Müssen 200 Vornen machen! Aber es geht hier, meinte! Chat, ich hoffe, ich habe es für euch gerade noch mal lauter gemacht. Ich hoffe, ihr habt da noch mal mithören können, äh, mit Lu schon. Max! Diffunsch! Starkes Spiel! 7-0! Das nächste Ergebnis aller Zeiten in der fucking Baller League! Ich dachte, ihr verkackt 4-1! Digga, wir lagen auch 3-0 vorne gegen die Protatos! Ja! Und haben dann 5-5 gespielt! Stimmt, es war das Spiel, es war ein krankes Spiel! Ja! Ey, ich sag dir ehrlich, wir haben eine Tordifferenz von minus 9 Vorn im Spielplatz! Das ist es! Ihr hattet die schlechteste Tordifferenz der Baller League! Ja! Und egal wie es bei euch läuft, wenn wir Punkte gleich sind, bin ich besser, weil wir wegen der Tordifferenz! Wir haben jetzt nur noch minus 3! Digga, dann macht ihr die Protatos 7-0 weg! Das ist krass, ne? Das hätte auch ein 10-0 werden können! Was ist denn los heute? Ja, ich weiß es nicht! Einfach auf entspannt 7-0! Aber das ist immer dieser Coin-Flip auch gefühlt, ne? Wie kann das sein? Ich check's auch nicht! Aber ich glaub, das liegt daran, weil auch wenn die Mannschaft jetzt montags trainiert, ist es trotzdem immer abhängig jetzt von Spieler zu Spieler, wie das irgendwie läuft! Warte, wollen wir Marcel noch kurz zuhören? Ja! Unglaublich! Der Torjubel, Bro! Was war das? Ausgepackt! Montag hast die Scheibe oben kaputt gemacht, vor Freude! Wie glücklich seid ihr nach so einem Spiel? Ich freue mich an erster Stelle für mein Team, die jede Woche herkommen und auch oft mit Kopf nach unten wieder nach Hause gefahren sind, aber heute fahren sie alle mit so guter Laune nach Hause und haben sich wieder mal belohnt, das ist ja nicht der erste Sieg, haben sich belohnt mit einer extrem guten Leistung und die werden heute alle gut schlafen und die Protatos, ja, war halt nicht deren Spiel, das soll man sagen! Das war der höchste Sieg von der Tordifferenz, ja? Das ist 8 zu 0. Und Sandro Stupi hat es auch gesagt, nächstes Mal zwei Schlitter nach vorne machen, was müsst ihr jetzt noch machen, sag ich mal in den nächsten Partien, damit das immer so weiterläuft? Also erstmal danke an Monte, er macht es ja auch den Weg bis hierher, ist nicht einfach, immer von Hamburg hier runter, von München hier hoch, wir haben letztes Mal zwei, äh, äh, zweimal auf den Sack kassiert, so, und das war krass, das war krank, das war krank, das war krank, das war krank, krank, wir haben letztes Mal auch eine Ansage bekommen, eins gegen zwei, eine gute, eine positive, damit wir uns einfach verbessern und ich sag mal so, der Sandro, der Trainer, hat einen super, super Job gemacht und ich bin einfach stolz auf die Mannschaft, weil besser, ja, ich, Jungs, weil besser reagieren kann man nicht. Und Marcel, ganz kurz noch, Marcel, wie ist, okay, 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 ich wollte Marcel grad noch was fragen, dann gehen wir ab ins... Was geht denn da, warum bist du nicht dabei? Äh, weil ich, äh, weil ich hab Marcel und Leo nach unten gelassen, damit einer den Stream halt hier trotzdem noch kommentiert, ne? Sehr verantwortungsbewusst von dir. Ja, natürlich, einer macht das ja. Ey, aber in diesem Eins gegen zwei, das war was krank, die du ja gemacht hast und vor allem, da holt es noch in das Eck rein, ne, auf abgehoben, krank einfach. Komplett platziert. Wirklich krank. Ja, keine Ahnung, was da abging. Ey, vor allem, wann spielt ihr so um 21 Uhr, ne? Ich werd da nachher, ich muss jetzt leider direkt los, wenn Marcel hier ist, ich muss zu Marc, äh, Gebauer. Ach so, was macht ihr? Hast du Marc Gebauer? Ja, äh, genau. Äh, wir haben heute noch einen kleinen Release, also eigentlich auch dumm, also heute starten wir so einen Soft-Release von was und deswegen muss ich jetzt gleich zu ihm, der Stream nämlich auch und dann fahr ich zu Marc. Also nicht, dass ich jetzt Werbung dafür machen will, aber... Machst du jetzt gemacht. Naja, aber du fragst ja, was soll ich sagen, Mann. Ich werd jetzt einfach... Keine neue Uhr, Chat, keine Uhr, nichts Uhr, nichts, gar nichts. Ich release ne kleine Uhr, alles gut. Soft-Release. Von dem neuen Konto, von dem Geld abgeht. Nein. Chat, ihr könnt Marc fragen, ich werd... Ich werd... Nichts mit Uhr... Guck mal, dass wir ein Kopfballtor machen... Was macht ihr da? Wir sind das einzige Team, Max, das checkst du gar nicht? Ne, ich check's. Das mit dem Kopf ein Tor macht in der Ball oder nicht? Der Konter ist so krass. Das ist so krass alles. Tuck dir das an. Der Ball ist schon heftig. Ja, ja. Und guck mal. Hier rübergelegt und dann zack, unter die Hand vom Torwart vorbei. Ey, das macht... Das ist halt wirklich absurd. Wirklich... Eine Sekunde, warte mal. Ja, hier, ich schalte mal auf uns, Chat. Ich glaub, das macht grad mehr Sinn. Ja. Ja, geiles Spiel. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr... Eigentlich hoffe ich's nicht, weil jetzt könnten wir halt einen Vorsprung aufbauen. Heute ist vorbei dann, ne? Also, entweder ist Team Knossi oder mein Team Final Four nicht mehr erreichbar. Ja, ja, 100%. Ein Team fliegt... Das allererste Team fliegt heute raus. Ja, ey, uns hätt's ja auch genauso erwischen können, ne? Und ich sag dir auch ehrlich, wir müssen auch ein Back-to-Back jetzt starten nächste Woche. Ja, ja. Ja, klar. Wir müssen... Alle Teams müssen jetzt alles gewinnen, die unten in der Tabelle sind. Ja, ja, ja. Voll. Vor allem Spieltag Nummer 8 ist heute... Am 8.4. ist ja schon Finale. Wir haben den 11.3. Ja. Ich sag dir, ja, wenn ihr heute verliert... Selbst wenn ihr gewinnt... Wir müssen alle vier Spiele gewinnen, glaub ich. Ja, ja, ja. Ich glaub auch. Ja. Voll. Ihr steht unter Druck. Übel. Wirklich krass. Also, ich weiß nicht, gegen wen spielt... Gegen wen spielt Jensheim? Also, gegen wen spielt Hollywood United? Weißt du das? Heute? Ja. Gegen uns? Hä, nein, oder? Ich spiel heute gegen Knossi´s Team. Ach so! Und ein Team ist raus! Das ist ja das geilste Spiel dann heute! Ja! Ihr habt ja... Oh mein Gott, ich dachte ihr spielt gegen irgendjemand anderen. Not gegen Elend, Alter! Ist das geil! Ein Team fliegt! Max Kruse wechselt sich heute selber ein, weil er sagt, dann gewinnen die. Und ich weiß nicht, ob das hilft, hab ich ihm gesagt. Oh mein Gott! Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Deswegen überlege ich mich auch selber einzuwechseln. Und Jens ist so dumm und fährt am wichtigsten Spiel nach Österreich, um Ski zu fahren? Fährt er Ski? Ich hab keine Ahnung. Jens ist nicht da. Wichtigstes Spiel. Boah. Echt krass, Max. Ich sag dir ehrlich, hätte ich heute nicht zu Marc müssen, wäre ich heute aber so dein Co-Kommentator gewesen. Krass. Ich hätte für dein Team genauso gebrüllt wie für... Nicht genauso, aber fast so wie für Gernity Allstars. Ich wäre mit keiner Stimme morgen aufgewacht. Ey, das ist ja so ein geiles Spiel. Also das freut mich richtig. Aber wir machen das heute. Ja, ich find solche Spiele, und das ist nur meine Meinung, find ich auch spannender als Jo, Erster gegen Zweiter. So, ja, Zimbus gegen... Wer ist denn Zweiter? Nee, Streets United gegen Zimbus oder so. Ja, cool. Eins, zwei, drei, so. Hinten ist da, wo die Party abgeht, ne? Ja, wirklich. Ja, ist halt wirklich so. K.O. Runde. Ist jetzt jede Runde K.O. Runde. Ist auch spannend. Ich sag, aber ihr habt einen richtig geilen Stürmer und Hollywood United ja auch. Die haben diesen Bellingham, ne? Der richtig krass ist. Ja. Ihr habt aber einen richtig abgewichsten Typ. Mhm. Wie heißt der nochmal? Tim Sulmer? Ist es der? So ein kleinerer. Der hat acht Tore. Ja, ja, das ist der. Ganz locker macht der. Nummer elf oder so. Ja, der macht das. Max, du hast einen Fleck auf der Hose. Ja, ich hab mich mit Kartoffelsuppe bekleckert. Das geht nicht raus, das ist pures Fett. Boah, ist ja wieder. Ja, passiert ey. Ehrlich. Das war hier unten beim Henssler. Da waren wir essen. Ich war mit meiner Mannschaft vorher essen. Ja. Und da hab ich mich total bekleckert. Ey. Ich find das auch so geil, Chad. Am wichtigsten Spiel. Ihr geht einfach noch essen. Ja, war auch von vielen letztlich so einen fetten Fischburger reingehauen, der eine, der Spielmacher. Aber, denke ich, das war, das war um 17.30 Uhr und wir spielen 21.30 Uhr. In vier Stunden kriegst du so einen Fischburger noch verdaut, oder nicht? Also ich bin jetzt kein Ernährungswissenschaftler, aber der kriegt ja wohl zwei Tore hin mit einem Fischburger im Magen, oder nicht? Ja, ich drück dir die Daumen. Wer spielt jetzt eigentlich als nächstes? Das kann ich dir sagen. Beton Berlin gegen Käfigtiger. Ja. Ah ja, tatsächlich. Beton Berlin wirklich, äh, ist Kontra K da? Die stehen dann immer da hinten, ne? Die stehen immer auf der anderen Seite, hab ich gesehen. Ja, warum eigentlich? Das check ich auch nicht. Sag mal, weißt du, wo Marc Eggers sind und Stefan Gerig? Äh, ich... Kannst du die von dort orten? Ich hab keine Ahnung, wo die sind. Gut. Keine Ahnung. Gut. Warte mal, wir gucken mal rein. Hier erstmal. Oh, gute Cam. Ist, ähm... Ist Donnerstag public oder irgendwas angeteast? Nee. Nee, dann reden wir darüber nicht. Nee, 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 brauchen wir nicht. Weil jetzt spielt Beton Berlin, das sind die mit den blauen, mit den Trikots, ne? Ja, ja, ja. Käfigtiger. Warte mal, ist Käfigtiger nicht auch irgendwo hinten, ne? Käfigtiger ist auch weit hinten gewesen, ja. Ja, gewesen. Das kann... Beton Berlin hat sich auch nochmal aufgerafft, ne? Jens Lehmann ist hier. Ja, stimmt. Und Ailton. Sagst du, Ailton bringt was? Das ist nur meine Meinung. Äh, ich finde wirklich, äh, ich gönne, also es gibt sehr viele Fußballlegenden und ich habe Respekt vor denen. Ich sage nur meine Meinung, hier sind junge Spieler auf dem Feld, die haben noch was zu beweisen. Ja. Alle Legenden haben nichts mehr zu beweisen. Alle Legenden haben nichts mehr zu beweisen und die werden jetzt hier nicht um ihr Leben kicken. Es ist cool mit denen bestimmt mal zu spielen aus Spielersicht. Ja. Aber ich finde, das sind jetzt nicht der Gamechanger. Meine Meinung. Meine Meinung ist das auch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Chat. Äh, Chat. Aber, ja. Ailton, Ultra-Legende. Aber... Wie geil, einfach undab dabei. Ja, der spielt ja bei Calcio heute, ne? Mhm. Safe Mark bei den Chili. Ne, ne, ne. Tun die Haare noch weh, Max? Haben nie wehgetan. Gut. Die Luft hier bei euch in der Kabine ist richtig scheiße. Ja, ich kann nicht sagen warum. Weil nebenan wird halt Shisha geraucht, aber ich glaube heute nicht. Und Marcel bläht hier jede zehnte Sekunde. Warum hat er so Durchzug? Weil der halt wieder mal... Marcel atmet in dem selben Zug. Keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht. Okay, das ist schlecht. Für wen muss ich sein? Ähm... Äh, ich find... Ich bin... Ich bin... Ich bin großer Beton Berlin... Äh, ich... Ich find die... Ja, okay. Ich find den Namen der Mannschaft geil. Ich find Kontra K cool. Ich find Felix Lobrecht cool. Ich bin für Beton Berlin. Das ist ganz einfach. Sehr gut. War Marcel mit euch... Wir müssen ja auch gucken, was für uns in der Tabelle besser ist, ne? Wenn wir noch Top 4 schaffen wollen. Ja, das stimmt. Da muss man auch taktisch rangehen. Eine Sekunde war Marcel bei JP und hat wieder Burger gefressen. Weil dann wundert mich... Ah ja, der hat Burger gefressen. Aktuell auf Platz 9 haben aber das letzte Spiel 5 zu 3 gegen... Der ist mit euch nach Dortmund gefahren. Hat einen Burger gegessen, um dann nach Köln zu fahren zur Border League. Das ist ein Lebemann, ne? Ey, IRL streamst in letzter Zeit. Du streamst so gut wie... Du streamst nur so Touren, so IRL, ne? Wenn es was ansteht. Weil Marcel streamt ja wirklich viel und ich glaube... Der macht ja nur noch IRL. Ja, aber weil es ihm halt am meisten Spaß macht. Wenn es kein Game gibt, was du zocken kannst... Klar, du hast jetzt Satisfactory gezockt, aber wenn du sonst nichts hast... Was willst du machen? Hast du recht. Ich zock auch nur Velo in meinem Stream. Hearthstone will niemand sehen. Ich liebe Hearthstone. Krass. Will aber juckt niemanden. Hearthstone? Ja, ja, Hearthstone. Ist das ein Pay2Win-Game? Nein. Aber Battlegrounds, nicht Pay2Win. Ah, okay. Ja, aber es zockt niemand. Pokémon GO? Oh mein Gott! Der Torwart auch mal mit dem Abschluss für Beton Berlin! Geiler Typ! Juckt niemanden. Ich schwöre, Hearthstone juckt echt niemanden. Leider. Try Max Direct enttäuscht nicht, Pay2Win ist echt so. Ich meine jetzt mal gehört zu haben. Ich glaube so 2019 gab es eine Phase, wenn du Hearthstone Max sein wolltest, hat das irgendwie 125.000 Euro gekostet. Ja, ja, für geile Karten gibst du da schon ordentlich Geld aus, ne? Genau. Ich weiß nicht wie die Games gehen. Schöner Ball! Was ist Max? Ich weiß nicht wie die Games gehen, aber ich weiß mal was man maximal Payn kann. Ja, das ist smart. Smart. Ey, das ist so geil wie viel Bums da drin ist, wie angespannt die Spieler sind. Auch mal ne Rudelbildung, ich schwör's dir. Ja, warum haben die sich eigentlich vorhin geschlagen, obwohl 7-0 steht? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung, macht keinen Sinn. Ich glaub, weil die von den Protators wirklich schöne Parade sauer waren. Wegen ner Ecke. Die liegen 7-0 vorne und hauen sich wegen ner Ecke. Ist das smart? Smart sind nicht dumm. Paula liegt zwei Minuten auszuspielen, eine Ecke und dann erstmal jemanden ein Ding ziehen. Vor allem, fünf Kameras sind auf dich gerichtet mit Slow-Mo. Das war keine Ecke. Doch, das war Ecke und dann zack. Ist das smart? Ich weiß nicht. Die seh'n ja auch alle. Ich glaub, ich hab ein bisschen Kredibilität. Schöner Abschluss, ist es schon okay. Ey, es ist geil, dass auch Max Große sich selber einwechselt. Das heißt, wenn ihr gewinnen solltet, ist es für Max ja doppelt scheiße. Nicht nur, dass du verloren hast. Er ist dann durchgeschwitzt, hat ein Trikot an und weiß, er schafft es nicht in die Top 4. Das allererste Team, das raus ist. Ja, hoffentlich hat er aber für zwei Saisons unterschrieben. Das ist geil. Hoffentlich. Hä? Hoffentlich hat er für zwei Saisons unterschrieben. Ja, war sicher doch. Der liebt das doch hier in der Streaming-Booth mit einer Shisha-Aufwand auf dem Schoß. Ja, das ist bodenlos, Alter. Der kommt da mit so einem Grill an. Weißt du, wie heiß das da drüben wird? Ey, das ist... Da drüben passiert alles. Wirklich im Sommer grillen die. Also zum Glück ist EM, da ist Pause. Aber die packen hier alles aus. Grillkohle, Shisha, Shisha-Kohle. Da kommt ein ganzer Supermarkt noch nebenan rein, ne? Ja. Wenn ich will, krieg ich im Sommer drüben die besten Melonen. Was? Kommt der nicht raus? Guckst du das Spiel immer direkt von hier oder guckst du das da? Ja, wir gucken alle so drauf. Also wirklich alle mit Blick aus der Scheibe raus. Von hier oben hat man auch echt gute Sechs. Ja, ja, egal. Ich sitz immer links unten. Ich kann da nichts erkennen. Ich hab so einen Balken vor mir. Und vor meiner Kabine stehen immer ganz viele Zuschauer und da kann ich nichts sehen, weil die da alle stehen. Ich seh das Spielfeld von mir nicht. Von hier oben ist krass. Ja. Von der Mitte, von hier oben ist es heftig. Ich bin leider... Ich muss den Stream mal gucken über dem Bildschirm. Ist das scheiße. Dir bringt's gar nichts, hier zu sein. Doch, manchmal rumpst es, wenn der Ball mit voller Mucht gegen die Scheibe knallt, dann erschreck ich mich kurz. Aber sonst krieg ich vom Spiel da unten nichts mit. Ist das kacke. Du wurdest ja voll verarscht. Ich sitz da am Eingang da, der Notausgang, wo der Security überwacht. Ja, ist Trymix auch da? Ja, keine Ahnung. Guck dir eigentlich auch nicht. Ich kick mal gegen die Tür. Äh, geil. Ja, hier oben siehst du alles und vor allem heute auch, wenn die Spieler ein Tor machen, dann gucken die hoch, ne? Das ist krass. Die sehen, wie du hier oben jubelst. Du schreist deinen Mitspieler an. Ja, das ist geil. Das ist geil. Das ist übelgeil. Das kennst du nicht. Ne, einer hat mich mal gesucht, aber nicht gefunden. Okay, Max ist wieder nach Hause gefahren. Und ich sitz da so alleine. Ich juge so, keiner sieht mich. Ey, mir tut's auch ein bisschen leid, dass du alleine im Team bist. Sascha, wie viele Autos hat Paul. Poldi. Chat, ungelogen. Ich stalk das nicht. Wirklich nicht. Ich hab bei Mark Eggers gepennt. Ihr wisst, ne? Wo er wohnt. Da fahr ich in die Tiefgarage. Poldi hat ein neues Auto. Ungelogen. Ein riesen Mercedes-Van schon wieder. So ein GLS oder so. Ein riesen Ding, wenn nicht sogar an Maybach. Nur Gott weiß. Der Typ hat schon wieder 500.000 für so einen riesen Wagen ausgegeben. Das ist unfassbar. Er hat unten locker 15 Stellplätze. Und ich gönne es ihm von Herzen sogar, ne? Warum leegst du das jetzt, fragt einer. Das ist nicht öffentlich. Doch, doch, doch. Nee, das bin ich grad zum ersten Mal. Schön. Schade. Nee, das war komplett geheim quasi, die Information. Nein, nein, nein. Poldi und ich haben gutes Verhältnis, ne? Ja, ja. Ich bin bei Mark gestern reingekommen abends. Der meint so, Alter, weißt du, was du hier in Köln ausgelöst hast, nachdem du Poldi befragt hast mit dem Döner. Er hat anscheinend so Kölner Tagesblätter haben darüber berichtet. Übel unnötig. Es war ja nur ein Joke, offensichtlich. Ah, ja, okay. Haben die nicht aufgefasst. Da habe ich mich bei Poldi aber auch nochmal entschuldigt. Ich wollte es auch nochmal hier gesagt haben. Ich habe ihm eine Memo geschickt. Aber ja. Ja. Poldi hat auch nicht einen krassen Van SLS von GLS für 500.000 sich neu geholt. Doch, doch, doch. Nee, nee, der war nicht öffentlich. Doch. Das war krass. Machen die gut. Noch nicht mal in der Ecke. Aber toll gespielt. Wie fährt sich dein Porsche, Max? Ist eingefahren. Du weißt auch immer, ne, dass der Zeitpunkt gekommen ist, wo man seinen Maul hält, wenn die Leute fragen, wo bleibt Monte. Ja, ja, genau. Also, du musst dir vorstellen, wir zwei sind gerade so shit, okay? Dass da jetzt einer fragt, wo endlich Monte bleibt. Ich könnte schwören, meine Hand ins Feuer legen, wir haben sogar schon Zuschauer verloren, weil Marcel nicht da ist. Wo haben wir denn, der ist auf der Autobahn gerade, ne, wieder? Richtung Hamburg? Ja, genau, genau. Aber heute nicht richtig sauer, heute mit dem 7-0. Ja, ja, Marcel ist durchgezogen, Chat. Max, wechselst du dich selber heute auch noch ein? Ich hätte gemacht, aber wenn Knossi, ich hätte es lustig gefunden, wir sind eh letzter und vorletzter. So, drauf geschissen. Ja. Dann bringen wir mich und Knossi. Ja, übel, geil, geil. So, hätte ich gefühlt. Übel, geil. Aber Knossi sagt, er ist zu schlecht, er ist zu schlecht. Ja. Ja. Oder auch wenn eins gegen eins ist, Knossi und ich. So. Ja, auch geil, übel, geil. Ich wäre sofort dabei gewesen. Wer sind die beiden? Hey, ich bin Thomas und das ist mein Kollege Thorsten und gemeinsam sind wir Thorsten und Thomas. Wir dürfen hier den Stream von Marcel crashen. Yeah, weil Marcel ist gerade bei der Mannschaft feiern und wir sind einfach nur Monte-Fans und wir haben hier so ein VIP-Ticket gewonnen für den heutigen Spieltag. Falls auch du aber so ein Ticket gewinnen willst, Aussufezeichen, Gewinnspiel. Dann nehmt ihr automatisch teil und könnt auch nächste Woche sitzen, wo mein Bruder Thorsten sitzt oder ich, Thomas. Bin ich Thorsten oder Thomas? Du bist Thomas. Ich bin Thorsten. Äh, Käfigtiger hat gerade richtig, richtig, richtig reingeschissen. Der hat gerade neben dem Ball getreten. Na gut. Also mir passiert das auch. Und deswegen spiele ich auch nicht da oben. Ich bin, wir haben ja vorher, ich hab mit, äh, da war es ja auch bei dem Freestream dabei. Ich hab mich jetzt einfach fast über den Ball gelegt, weil ich nicht dribbeln kann. Das passiert so schnell. Ist aber auch mit den Schuhen schwer. Air Force sind echt scheiße zum Fußballspiel. Das sind keine Air Force. Jaja. Das sind doch, ne ne. Das sind Outreys. Jaja, kennst du die nicht? Die haben gerade richtig viele. Outreys. Oh, oh, Outreys. Das tragen gerade richtig viele. Also das sieht ja so krass aus wie Air Force. Schmeißt Sascha jetzt eigentlich alleine den Laden bei Alborg. Kieskauer. Sehr gute Frage eigentlich. Wir können nicht über das Thema reden. Und wir wollen direkt das Thema wechseln zu dem Spiel von Beton-Berlin-Käfigtiger FC. Mach mal nicht so Stimmung. Der Torwart hat gerade den Ball. Ist gerade Zeit spiel, ne? Nein, nein. Beton-Berlin spielt hier gut einen auf. Ich finde... Holy Shit. Hast du den Pass gesehen? Ich hab's ein bisschen verfolgt. Digga, einfach zum Verteidiger. Besser. Berlin... Beton-Berlin spielt es besser. Berlin-Beton. Berlin... Hat Knassi schon gespielt? Nein. 21 Uhr circa am Pfiff. Knassi... Not gegen Elend. Knossi gegen Max... Hollywood United gegen Hearthstock Royal. Ich muss gehen. Krass, aber dass du noch reden kannst. Ich kann gar nicht mehr reden. Ich bin durch. Oh! Schön die Decke da erwischt. Krass, dass er den so hoch schießen kann da, ne? Geil. Richtig gut. Die Kamera bleibt unangenehm lang auf ihn. Ja, genau. Schalt doch bitte wieder zum Spiel zurück. Na so im Schuss. Zu dem Zeitpunkt stand es übrigens schon 5-0 für Gunnergy All-Stars, ne? Gegen Potatoes gerade. Gut gesagt, ja. Über was würdest du jetzt so reden, wenn du in deinem Stream sitzen würdest, Max? Über Clash of Clans. Und Satisfactory. Okay. Ein bisschen Brawl Stars. Neue Fortnite-Season. Okay. Kommendes Minecraft-Update. Gibt neue Rüstung für den Wolf. Da ist ein zweiter Ball im Spiel. Was ist? Ja, ist gut. Gefallen dir die Themen nicht? Doch. Geil. Ich find's geil. Wie oft rasierst du so deine Achselhaare? Boah, ich würde sagen, alle sechs Wochen. Wirklich? Ah ja, gut. Jetzt gerade, ne? Ja, okay. Ich hab ja gerade keine Wohnung. Ich wohne ja im Kofferraum aus meinem Auto. Bisschen manchmal im Büro. Bei meinen Eltern. So. Irgendwie... Der Rasierer liegt irgendwie noch bei meiner Oma oder sowas und dann ist es halt schwieriger. Ja. Ecke. 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 Oh Mann. Wieso? Wie oft du denn? Also. Ja, im Sommer öfter halt, ne? Aber so im Februar geh ich jetzt nicht so auf viel täglich Achselhaare rasieren, muss ich ehrlich sagen. Die Frage kam viel zu spät. So fünf Minuten später, 1-0 Beton Berlin. Super. Achselhaare auch total unwichtig. Ich hab wirklich kaum Achselhaare. Ich hab auch sehr, sehr, sehr helle, sehr feine. Ja, ja. Ich mach das einmal im Jahr. Ich hab die teilweise lang, aber man sieht es nicht, weil die so dünn und blond und fein sind. Doch, doch. Ich seh's gerade, wie es unten rauskommt. So hier am Ellbogen, ne? Aber die geht mit zum Ellbogen, die sind sehr fein. Willst du mal anfassen, die sind so fein. Zeig mal eure Achsel, was bist denn du für einer? Oh Mann. Ja, Chad, ich sag euch ehrlich, ob man seine Achsel rasiert oder nicht, ist ja jedem selbst überlassen. Finde ich jetzt nicht das Wichtigste. Also ich geh oft Hangtop trainieren, beim Fitness halt, ne? Ja. Wenn man so Latzzug, da siehst du das dann schon. Also es gibt Gelegenheiten, wo, wenn du's drauf anlegst, würdest du mich so erwischen. Das ist ja auch die größte Einladung, wenn deine Hände so oben sind. Meistens kommt noch so ein Licht von oben wie hier und dann ist schon krass. Da bist du in der letzten Währung oben, kriegst du's nicht mehr runter. Ist richtig lange, richtig lange dann auch in der Position. Selbst jetzt sag ich, wo bleibt Marcel, Mann? Wo bleibt Marcel? Ey, man stinkt aber auch schneller. Im Winter hält es warm. Ja, okay. Ja, ja, ja. Das sind gute Punkte, ehrlich. Man stinkt schneller. Ey, jetzt mal ehrlich, Marcel feiert gerade noch mit der Mannschaft, aber jetzt gerade, ich muss los zu Marc, ne? Ich hab dem gesagt, er soll jetzt nicht übertrieben hetzen, aber... Ich muss los, Dicker. Max, könntest du dir vorstellen, alleine den Stream jetzt hier bei Marcel zu kicken? Ich... Ich hab grad ein bisschen schlechtes Gewissen, weil... Mein Stream freigt die ganze Zeit, wo ich bleib. Äh, okay, aber du hast ja mit deinem Stream ja bestimmt jetzt hier auf Marcel Stream übergeschaltet, bevor du hochgegangen bist, oder? Da gab's technische Probleme. Äh, man kann Desktop-Audio hier in den Setups nicht übertragen und die Browser-Source, die buffert leider. Du bist gerade live. Ich geh mal kurz runter, ne? Ich leg dir das mal hier hin. Gibt's einen Gegenwurf zum... Äh, Abseits, in Deutsch? Nein, 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 nein. Äh, eh, es ist so random. Chat, ich lieb das, ich lieb das so krass. Äh, diese... Äh, wir müssen leider gleich los, also wär gut, wenn Marcel gleich kommt, ne? Äh, ich lieb diese NPC-Momente... zwischen Max, wenn er so viel zu spät fragt, wie du das machst. Es ist so, es ist so geil. Es ist so geil. Ich liebe es mir sehr. Ich hoffe, ihr habt aber auch unabhängig von der Border League natürlich einen schönen Tag. Und was euch gut geht. 1-1. 1-1. 1-1, Chat. 1-1. Was zeigst du Mittelfinger? Max, Max. Sascha, was wiegst du? Ich, 73 Kilogramm bei 1,89. Ich wiege jetzt gerade, ich habe wieder zugenommen, 68 Kilo. Wann zocken wir jetzt hier erst, Sascha? Was der Excel können wir gerne demnächst angehen. Ich habe nur gehört, Constrake, totes Spiel anscheinend. Wichtig für euch, unentschieden. Das stimmt eigentlich, weil beide sind jetzt nicht viel, also weit vor uns. Richtig? Was ist aber Arschritze? Was ist für ein Emote? Warum tanzt er ein Krokodil? Ach, Master Exe, okay. Was geht? Ja, ich bin vegan. Vegan? Nein, nein, danke dir. Ich war vor der Boller League extra essen. Ich brauche nichts, ich bin fein, danke dir. Ne, peace, nice. Ne, der ist da, der kommt, der kommt, der kommt. Chat, big claps. Wir haben es geschafft, an alle, die mit uns durchgehalten haben, mit Max und mir. Clap. Marcel ist wieder da. Mach dir keinen Stress, Brudi. Ich habe dir Essen mitgebracht, das ist vegan. Ich kann nicht essen, ich habe ab extra gegessen. Bro, das ist vegan. Wirklich, vegan habe ich dir extra mitgebracht. Danke dir, Bruder. Hast du keinen Hunger, oder was? Überhaupt nicht und ich muss auch los, leider. Leo, setz dich hin und hin. Shit. Ja, ich esse jetzt, ja, dann esse ich jetzt noch. Wenn du nicht willst, alles gut, ich wusste es ja nicht. Hey, sorry, Chat. Und sorry, Sascha, Bro. Hey, Mann, alles gut. Danke dir, mein Bestes. Alles gut, alles gut. Die Stimmung im Team ist so super gewesen. Wir haben lange geredet, Fotos gemacht. Sehr geil. Ja, ja, easy. Hey, Bro, wenn du los willst, du musst zum Markt. Ja, dann fahr los, alles gut, kein Problem, alles entspannt. Hey, Chat, ich wünsche euch, ja, ich würde es echt gerne essen. Ich fühle mich ja auch gerade scheiße, aber ich muss wirklich los zum Markt, Abi. Ich meine, ich war um 18 Uhr, 19.30 Uhr los, echt scheiße. Ich muss zum Markt, leider. Ey, aber es hat sehr viel Bock gemacht. Nächste Woche, wir telefonieren auf entspannt, ne? Ich bin hier. Ich auch. Okay. Deine, das war mein Bro. Hey, Chat, habt einen schönen Abend. Passt euch auf, haut rein, Chat. Stream geht weiter, ne? Ciao, ciao, ciao. Bis nächste Woche hier. Holy shit. Ist das Vegetarisch, oder was? Nee. Oh, schade. Wenn du noch eine Margarita hast, oder so, würde ich eine halt nicht gleich nehmen, ja? Danke schön. Okay, Bruder, jetzt, ja? Ey, Sonja. Ich nehme noch einen Gunner-Tier, okay? Klar. Grüß, Marc, Abi. Dein Portemonnaie liegt noch hier, Bro. Ja. Oder? Nee, das ist meins. Lull. Hey, Marcel, wir zählen von Ihnen morgen, auf den Fall, ja? Ja, alles klar. Boah, es geht jetzt nicht anders. Ja, mir ist so unfassbar warm, Alter. Meine Gegner, das geht nicht. Das ist das höchste Ergebnis der Baller League. Ich weiß, ja. Die fucking Protatos, die haben die beste Offensive, ihr habt euch kein Gegentor reingefangen. Tigger, was soll ich dir sagen? Manchmal so, manchmal so. Ja, aber, ja, ich verstehe, manchmal so, manchmal so, aber doch nicht so. Krass. Vor allem, ihr hattet ja noch einen Pfosten und alles. Das hätte ja ein 8-9-0 werden können. Ich glaube, die Gegner hatten auch, aber einen Pfosten Trevor. Ja, okay. Problem war, wir waren immer so scheiße unten, aber euer Torverhältnis war übertrieben kacke. Minus 9, voll scheiße, richtig bad. Das schlechteste, mit Abstand, das schlechteste Torverhältnis der Baller League. Und jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir über euch mit einem besseren Torverhältnis und ihr seid immer noch scheiße. Ja. Heute ist K.O., ne? Wir spielen gegen Knossens Team. Ein Team, das Verliererteam kann es nicht mehr in die Final Four schaffen. Das Verliererteam ist raus. Wann spielt ihr um 21? 21.30 Uhr. Verstehst du? Neo, das ist übertrieben scharf, das Essen, oder? Ich habe Margot dann. Was? Ich habe Margot dann. Achso. Hm. Er spielt heute von Anfang an, Max. Dann gewinnt ihr. Ja. Dann gewinnt ihr. Wenn Kruse spielt, das ist ein Free Win. Das ist geil, die haben nur ein M-Trikot für ihn gehabt. Nein, das ist ein XL, aber ich versuchte. Für Kalte Berlinern auch. Und das Palt habe ich auch anders. Nein, meiner auch. Ich habe ein Vierfach XL an. Also, wollen wir die Gegner essen? Bei uns war ich noch die schon wieder? Nein, geht's los. Die Asis. Die heizen da hinten immer ordentlich. Ich weiß, ja. Also, ich weiß nicht. Ich kann dir nicht sagen. Also, ich glaube, die Situation, die das gegnerische Team gebrochen hat, Vollbild wäre ganz nice. Ja, unten geht gleich das Spiel weiter. Und ich glaube, das wollt ihr auch sehen. Ich kann aber auch groß machen, wenn das für euch okay ist. Also, ich glaube, die Spielsituation, die die Gegner gebrochen hat, mental und vom Kopf, war, als wir One Plus hatten und unser Spieler die rote Karte kassiert, vom Spielfeld geht. Die Gegner nicht schaffen, das Tor reinzubekommen und dann Krasnitschi 1 gegen 2. 1 gegen 2. Die man in den Winkel. Ja, ja. Und ich glaube, das hat, das hat mit dem... Hat der hier hochgejubelt? Ja, ja, klar. Die Jungs haben heute auch für Leo gespielt, sag ich ehrlich. Leo ist das dritte Mal heute hier und heute mussten drei Punkte. Alle guten Dinge sind drei. Geil. Krass. Ja, die waren heute... Da ging alles rein. Selbst Kopfballtor habt ihr gemacht. Ja, ja. Das 1 gegen 2 habt ihr gemacht. Der Kleinste macht das Kopfball. Und alles hat ja auch mit einem gewissen Bruch angefangen, weil wir hatten ja direkt nach fünf Minuten gefühlt eine Ecke, drei Ecken, hatten einen Elfmeter und der geht nicht rein. Ach, stimmt. So ging's los. Da dachte ich schon, jetzt ist wieder... Mach schon mal den Motor an. Ja, ja, da wollte ich schon sagen, mach den Schwimmen aus. 20 Uhr, bist du auf der Autobahn. Genau, ja. 7-0 ist krass. Und sonst, wie geht's dir, Max? Ja, sehr gut. Selbst? Kann mir nicht beklagen. Ich hab mir die Augen lasern lassen, diese Woche, ja. Echt? Wie viele Dioptrien hattest du? Ich weiß nicht, drei oder sieben ist das, was ist viel, was ist wenig. 1,3, ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung. Du lässt die Augen lesern, weißt du nicht... Hast du vorher eine Brille gebraucht? Ja, hätte ich, aber habe ich nie getragen. Okay. Ich auch. Ich habe 0,75 auf beiden Augen. Aber trägst du eine Brille? Ja, du trägst ab und an. Ja, sehr selten. Was ist das hier? Ist das das Spiel? Ja. Boah. Digga, so geht's los. Und was denkst du heute, werdet ihr gewinnen, jetzt ehrlich? Ja, also gegen Hollywood United müssen wir's machen. Safe. Wenn Kruse sich einwechselt. Der hat doch noch eine Shisha am Spielfeld dran stehen. Das ist es. Ich habe auch Knossi gesagt, er würde eher kommen und spielen. Ich würde es auch führen, wenn wir uns beide eingewechselt hätten. Dann traut er sich nicht. Das wäre lustig, ja. Ja, deswegen wäre das lustig. Von Bumsberg. Vielleicht solltest du dich nicht vom Berg, Leo Ohr zu halten, vom Berg bumsen lassen, sondern wenn du immer deine Synapsen anstrengst. Denn, oh, denn ich, frag doch bei Max drüben im Stream. Bei Kruse. Ich bin doch nicht Knossi's Manager, Digga. Der ist Skifahren in Österreich. Ja, da hast du deine Antwort. Da hast du deine Antwort. Ich kann das verstehen und ist auch alles gut. Und das ist jetzt 0% als Disrespekt gewaltt, nur weil ich beispielsweise jede Woche hier bin. Obwohl ich nicht muss und meine Pflicht schon erfüllt habe. Heißt ja nicht, dass das andere auch machen müssen. Und mein Leben. Du bist jede Woche hier? Ja. Krass. Und mein Leben ist deutlich entspannter, muss ich einfach sagen, als Knossi sein Leben. Knossi hat sich dazu irgendwann entschieden, weniger zu streamen und mehr unterwegs zu sein. Bei Formaten wie DSDS, Let's Dance und so dabei zu sein. Props gehen raus. Knossi ist unfassbar am Hasseln. Und im Umkehrschluss hat er auch viele Termine, die einfach geplant sind oder auch Urlaub. Und wenn sein Urlaub schon vor Wochen, Monaten geplant war, das ist doch okay. Stimmt. Oder? Ich glaube, der hat morgen auch ein Placement da. Ja, ja, kann gut sein. Ja, ja. Und wie lebt es sich bei Mutti? Das ist echt scheiße alles. Ich wohne so halb bei meinen Eltern, halb im Studio, halb bei Selina. Überall habe ich dreckige Klamotten, nirgendwo kann ich waschen, immer fehlt was. Alles ist im Auto. Ich habe richtig die Schnauze voll. Aber nur für mein Verständnis, kann es sein, dass sich das noch übelst lange verzieht? Das, was du gesagt hast, mit drei Monaten kommt doch niemand hin. Nee. Ist doch nicht sogar Baustopp oder irgendwas? Es war, also ganz ursprünglich sollte es Ende 21 fertig werden. Ich brauche keinen Dipp, ich brauche nur eine Margarita. Ich nehme einen scharten Dipp Diese Mikros sind so scheiße, ne die Mikros sind nicht scheiße, man muss bloß dicht sprechen Leo willst du auch ein Stückchen Happy Slice Margarita? Ja da ist er dabei, ne? Oh, oh die ist jetzt aber Max Statement zu der Pizza Die ist gut verrutscht, direkt transportiert, oh meine auch Die wurden auch mal seitlich transportiert, alles gut Das gibt eine 1 Sterne Bewertung Ja, ja 15 Leute haben sie transportiert Jetzt darf ich einmal ganz kurz zeigen, wie die angekommen ist Staffellauf bis hierher Einmal so? Schön unterm Arm geklemmt Sag mal deine? Auch genau so Das ist einfach nur eine halbe Pizza, der Aber gut, passiert, ne? Kann mal passieren Die wurden früher hergetragen, so Amateurfehler vom Lieferanten Leo, hau die auf den Schoß und nimm die erstmal Okay Wir waren in der Türkei, da haben wir gerade bestellt Da kam von Dominos war das tatsächlich Nur die halbe Pommes an Da haben wir den Lieferanten gefragt, was das soll, der hat einfach ultra gelacht Konnte kein Englisch und ist gegangen Der hat sich einfach im Auto die halbe Pommes reingehauen Türkei Lieferservice ist schon Krise, oder? Ja Das war da krass Auch ein spannendes Spiel, ne? 2-2 Wir haben letzte Woche gegen Beton gespielt, ne? 2-2 Habt ihr? Mhm Ich lebe in der Türkei und kann das bestätigen? Ja Ja Leo, nimm mal kurz auf deinen Schoß, bitte Ich organisiere dir mal was kurz zu trinken Wir kommen sofort wieder, Max Ich muss einmal kurz Leo was zu trinken organisieren Der verdorst du sonst Mach das Er ist der Top-Tor-Schütze mit seinen Hammer-Tomen Bei den Käfig-Digern Boah, Mann, ey Ja Junetsko ist da Der Mann von Ginkas offenbar Ersatzvorhüter in der Regionalliga Ist gut? Super Was ist das immer für ein Emote, Leute? Warum kriege ich immer den NPC Emote? Unterhalte dich mit Leo, sonst ist es unangenehm Wie alt bist du? Ich bin 10 10, gut Ja 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 Ähm Spielst du Minecraft? Ja 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 Aber immer nur so Zeit, weil es hier Mhm Mal sucht dich jetzt richtig und mal überhaupt nicht Ja Immer so mit Freunden Ja Ultra zocken Und dann spielt man auf einmal nicht mehr Ja 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 Leo mit oder ohne? Ähm Ohne Ohne Wasser? Äh ohne, ach Digga Ohne 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 Spude Geh immer bitte eine Flasche ohne Wasser Warum hast du das Wasser geholt? Ich hab so ne Servicekraft, die kommt alle ziehen und bereit und grad noch was brauche Ja, normalerweise kommen die Leute auch hoch, aber Leo hat da seinen Curry gerade gegessen und ich glaub das ist doch ein bisschen scharf und ich will nicht das Ja Und äh, Leo äh, was sagst du? Warte mal Ja Was sagst du, guckst du auch Trimax? Ja Oh Aber äh, am meisten, aber nur so auf YouTube, also ich verfolge jetzt nicht den Stream, aber ähm, YouTube Ja, geil Ja, geil Ich mach noch viele Was guckst du gerne bei ihm? Ja, seht ihr da hinten? Keine Ahnung, ich guck eigentlich alles Cool Man muss auch sagen, Digga, da hast du auch meinen Respekt Ja Du knüppelst jeden Tag mindestens ein Video bei YouTube hoch eigentlich, ne? Jeden Tag immer drei Drei Videos, also auf dem Hauptkanal Ja, ja, genau Zweitkanal, auch Gameplay und ne Reaction, so gut über das geht ja Super Das läuft auch echt gut, muss ich sagen, ich hab ja deinen Hauptkanal abonniert, ich beobachte das ja Und eigentlich egal was du hochlädst, auch ein unbekanntes Spiel oder so, kriegt immer seine guten Klicks, kommt immer gut bei der Community an Ja, ist geil Safe Sehr, sehr geil Wenn man das so machen kann, ist auch echt cool Ja Was sagst du eigentlich zu deinem Clip mit der Cola, Digga, bei mir unten im Keller, Digga, das war so lustig, man Cola? Warum ist der, warum hat der drei Jahre gechillt und dann ging der so ab? Ich kann's dir nicht sagen, Digga Aber das, das war nicht mit Absicht, die haben das Design damals geändert Nein Doch, es, dann hatten Cola Zero und normale Cola das gleiche Design, nur die Farbe war anders und das war neu Okay, deswegen konnte ich, die für mich, Cola Zero, und dann sagst du, das ist eine normale Cola, mich hat's komplett zerlegt Ich konnte es nicht fassen, dass die mittlerweile so gleich aussehen Hm, okay, das kann sein, ich überhaupt Deswegen war das Ich glaub, das ist Cap Nein, die hatten das Design damals geändert Und ich hab hier Happy Slice geliefert bekommen Dankeschön Leo, willst du ein Stückchen Pizza? Hm? Hast du schon ein Stückchen gegessen? 2 und 3 Alles gut, oder? Ja, die haben wir nach Hause, oder? Ja, ja, die gönnen schon, die gönnen sich, ja, ja Okay, alles klar, kein Problem Entweder holt dich dein Papa ab, oder, äh, ich fahr dich Ist dein Papa noch arbeiten, oder? Frag ihn mal, er meinte vorhin arbeiten, weil ich weiß nicht, ob ich 20, 30 hier schon losfahre Aber prinzipiell kann ich auch kurz rüberfahren und dich nach Hause bringen, das ist gar kein Problem Ist ja, äh, nicht weit Ja? Okay, super, Weltklasse Das stimmt, die Zero hatte dann nur den schwarzen Streifen mit Zero drauf, guck Hätt ich dich eben gefragt, wie das Design ist, hättest du mir das nicht so sagen können Doch, deswegen war ich ja so baff Ich bin doch nicht baff, wenn du mir eine Cola präsentierst, dass ich erstmal aus allen, äh, komplett im Arsch bin, Alter Ich war im Arsch Du hast nicht mal einen Fußuntersetzer bei dir im Gaming Setup Einen Hocker meinst du? Ja, Digga, hä? Einen Hocker Ja, Bro, ein Hocker, hallo? Ja, ja Hocker ist das Beste beim Zocken Ja, am besten kannst du gleich am Liegen streamen auf der Couch Irgendwann mal die Füße hochlegen beim Zocken im Fußuntersetzer ist doch voll der Game Changer Ist zu chillig, Alter Ich brauch alles im White Mode volle Elgato auf 100% und dann, ich würd am liebsten stehen Ich weiß, ja Dass man, dass man gar nicht chillt Aber wir haben, wir haben schon echt coole Zeiten auch zusammen erlebt, ne? Ja Der FIFA Stream bei dir war echt cool, aber auch, äh, muss ich sagen, ich hab, äh, ehrlich, die Pokémon-Zeit auch sehr enjoyed Das war auch geil, das war auch, die Pokémon-Zeit war auch geil, weil da wirklich alle zusammengekommen sind, ne? Safe Und dann kam mal ganz Twitch-Deutschland so zusammen, weil jeder einen fucking Booster hatte Gefühlt gar nicht Digga Finanzamt hat mich komplett umgedreht, alles aus 2020 und 2021 und 19 Er kam raus von dem, von den Booster, die wir verkauft haben an Fußballprofis und Streamer Er haben 16 Leute den Booster nicht bezahlt Und der Booster hat ja irgendwie 1000 Euro gekostet oder sowas, ne? Hab ich bezahlt? Ja Ich glaub schon, ich weiß es nicht, keine Ahnung Das war krass Aber ist auch schon lange her Ja, ist lange her Ich kann jetzt auch nicht einfach so ein Keine Ahnung Wer war dabei Jetzt anhauen ist ja auch unangenehm, oder? Ja, egal Egal? Ja, also ist egal im Sinne von, man sieht man ja in die Pfeife hauen, also in die Pfanne hauen, weißt du? Ja, das stimmt Was ist denn hier im Handy los, Alter? Also das war, das war schon richtig geil, Digga Hast du, bist du krank oder bist du Nasenspray süchtig? Nasenspray süchtig Das war so ehrlich? Ja, was soll ich dir sagen, ne? Ich bin Nasenspray abhängig Krass Deswegen hab ich so Schiss davor, ne? Nasenspray ist sehr gefährlich, Digga Jeder, der einmal krank ist, oh ich hab ein bisschen verstopfte Nase, auf einmal danach Nasenspray süchtig Ich hab so, ich hab das noch nie genommen, ich hab da so Angst vor Also Nasenspray kann ich sehr schnell abhängig machen, hundertprozentig, ja Wir hatten, ich habe damals jedes Wochenende mit Micky die Fortnite-WM gecastet Seinen Nasenspray hatte er verloren, er ist ausgerastet Ja, ja, stimmt Er konnte nicht live gehen Er hat dann Taxifahrer angerufen, dass der zur Apotheke fährt, damit er ihm Nasenspray holt, weil sonst kann er nicht streamen Und dann kam das an, Packung aufgerissen und direkt in die Nase rein Ja, du erstickst Digga, das ist ja wie die... Du erstickst, deine Nase ist so dicht, du kannst nicht atmen, das ist wirklich schlimm Ich hab so Angst vor Nasenspray Solltest du auch Das solltest du auch, also Nasenspray ist sehr, sehr schwierig, ja, wenn du einmal süchtig bist Krass, ey Leute, passt auf mit Nasenspray, da red man, stell mal rein Ja Bisschen schnupfen und schon seid ihr abhängig Nasenspray ist unnötig, wenn man krank ist, ne, wenn die Nase verstopft ist dann nicht, ne Warum atmet man dann nicht durch den Mund, äh, Bro, egal, alles gut Warum atmest du nicht durch deinen, Leo weghören, äh, durch deinen Polo Schon wieder Fairplay, ich finde Fairplay gehört auch rausgeschmissen Wieso? Ist doch langweilig, Digga Ein Foul Rot, das ist mein Lieblings Oder nicht? Au Du machst so ein bisschen Trikot ziehen und direkt rot runter vom Platz Nein, so schnell geht das nicht, Digga Es muss ja ein Foul gepfiffen werden Also ich finde den Modus, er bringt halt einfach kein Wenn ein Team zweimal Fouls sind die noch zu dritt da Ja, aber Ich mag das nicht, also, äh, ich mag das einfach nicht, weil Es bringt, äh, keine Bissigkeit ins Spiel, sondern es wird eher ein langsameres Spiel Ja, okay, sie sind vorsichtiger Mhm Okay, fühle ich Und sagen wir jetzt mal, das eine Team führt jetzt ja 3-2 Ja Äh, ich glaube, Käfigtiger führt, richtig? Ne, Beton Berlin So, Beton Berlin So, Beton Berlin muss jetzt eigentlich nur, äh, äh, einen ruhigen Schuh spielen, den Ball halten und drauf hoffen, dass sie gefoult werden Das ist halt kein anschaubares Gameplay, finde ich, äh, äh, bei Fairplay Ja, aber sie müssen auch verteidigen, die Käfigtiger, ohne dabei zu foulen Ja, ja, aber ich, also, wir, also jetzt vom Ding her, wie oft hast du schon einen Fairplay gesehen in der Baller League und hast dir gedacht, boah, die letzten 3 Minuten Fairplay waren richtig intensiv und haben das Spiel nochmal entschieden, habe ich nicht einmal gesehen Das war immer lame, langweilig, okay, Einspieler, rote Karte, aber da finde ich ein 1 gegen 1 oder 1 plus Plus 1 ist auch cool Ja, ja, das ist auch besser Viel dynamischer, viel geiler, da passiert viel mehr an kurzer Zeit Ja, okay, okay, okay Und gleich vier rote Karten bei Beton Berlin Ja, das wäre lustig, ja Dann wäre wieder geil Übertriebener Fehlpass Oh, boah, das ist cool, das ist schon Mutig, ja Das ist schon sehr mutig Ja, sehr mutig, ja Oh, boah, ich bin richtig, ich bin richtig glücklich und richtig erfüllt von dem 7-0 Digga, beim 7-0 ist das das höchste Ergebnis Boah Das ist verrückt Ja, das stimmt, ja, das war, das war echt ziemlich geil Hast du die neue Fortnite Season gezockt? Ja Und, wie ist? Ja, Digga, ich, ich stelle mir 11 Uhr morgens den Wecker Ich habe es mitbekommen irgendwie Digga, und dann kommt der Server 4.20, fast 24 Stunden später online Ich habe noch gedaddelt Aber ich wurde nur zerlegt, Alter Um 4.30, weißt du, was da für Leute spielen? Ja, Monster, ja Ja, die Leute, die 19 Stunden gewartet haben, bis der Server live ist, die spielen dann Also, ich habe es doch gar nicht gezockt, Digga Ich habe zugeguckt bei einigen Leuten und das mit diesem Fliegen und Beam und wieder Das ist für mich alles Ist viel Ich finde es ätzend Zeus Blitze Ja, Digga, ja Dann da die fucking Flügel Ist schon ordentlich Das, äh, finde ich, äh, also gefällt mir Also, ich habe es noch nicht gespielt, aber nur rein vom Zuschaueraspekt hat es mir auch nicht gefallen Ist schon sehr stark Ist zu viel, ja, ja, ja Monte mit Leo bald Fortnite-Videos Ne, ich glaube nicht, du darfst auch noch kein Fortnite spielen, oder? Ne, darf er noch nicht Hast du schon mal Fortnite gespielt? Gut Bei seinem Freund hat er schon mal gespielt Man muss Leo nach Hause, Leo wird gleich von seinem Papa abgeholt Oh, jetzt kriege ich aber gerade Übelsbläherung, Mann Oh, wenn ich den raushaut, dann hat Sascha auch schon vorhin gesagt Oh, ich muss ihn immer Shisha geraucht und du hast hier, äh, viel Durchzug, wurde gesagt Hätte ich die Erlaubnis zu forzen? 5 Kubikmeter Hätte ich die Erlaubnis von dir zu forzen? Äh, ich kann sie dir nicht erteilen, musst du Leo fragen Ne, ich halt zurück, alles gut, kein Problem Das Gemüse muss raus, jaja Digga Was hast du denn bitte gegessen? Ich habe bei JP einen Burger gegessen, der hat Blegungen gemacht, Digga Und ich habe auf dem Weg gefühlt 7 türkisch Pfeffer gelutscht Oh Magst du türkisch Pfeffer? Ja, richtig gerne Digga, geil, Alter Nice Ich finde es so nice, wenn du den lutscht Jaja, auf einmal geht so ein Ding auf und das läuft hier voll und ich fresse Ja, geil, Digga So salzig, scharf, Lakritz Super Beton Berlin hat gewonnen 3-0 3-2 3-2 3-2, genau, ja Ich mag das immer, wenn dein Kopf so ein bisschen hängt Ja, das passiert öfters Ich mag, dass das geil ist Ich glaube Beton Berlin damit, ich müsste mal an die Tabelle gucken Käfigtiger ist letzter, glaube ich auch, ne? Ja, die sind ganz weit hinten Gegen die spielen wir auch noch, guck mal Einen 3-Win, das sage ich jetzt so und dann wieder 5-0 verkackt Gegen die haben wir auch gewonnen, glaube ich Ich glaube, gegen die haben wir gewonnen Gegen Käfigtiger haben wir, glaube ich, gewonnen Käfigtiger ist raus, ja, das war's für die Schlecht für euch, die hätten unentschieden spielen müssen Oh, Käfigtiger ist raus Das ist das erste Team, was raus ist? Ja, ich glaube schon, ja Ja, unentschieden wäre für uns besser gewesen Weil jetzt hat Beton Berlin, die haben wir auch von hinten auf Für euch ist das schlecht? Für euch auch, ihr wollt ja auch Top 4 kommen, oder nicht? Ja, auf jeden Fall, ja Ja, da feiern die Okay, Chad, ich würde sagen, wie oft ich meine Achseln rasiere Das war in Frage mit Sascha und mir Also ich bin offen und ehrlich, ich mache das situationsabhängig Also es ist jetzt nicht so, dass ich das einmal die Woche mache oder zweimal die Woche Manchmal jetzt vielleicht schon eineinhalb Monate nicht mehr, zwei Monate nicht mehr Weiß nicht, einen Monat, keine Ahnung Und manchmal jede Woche Es ist keine Routine Genau, im Sommer öfter Genau, genau Und vielleicht Digga, scheiß auf Januar Vielleicht kennst du das auch Bei mir als Mann ist das so Irgendwann, wenn die Achselhaare zu lang sind, fange ich auch mehr an zu stinken Ja In kurzer Zeit Dann bin ich einen Tag unterwegs und rieche übelst nach Schweiß Und dann ist auch oft der Zeitpunkt, wo ich weiß, okay, jetzt sollte ich mich rasieren Aber solange, bin ich ehrlich, solange das Aber wenn es zu kurz ist und alles ab ist und es ist im Sommer heiß, dann stinkt man auch sehr schnell wieder rum Nee, bei mir gar nicht Du schwitzt halt krasser, ne? Ja, aber ich hab echt selten, dass ich doll nach Schweiß rieche Aber bei mir ist das eigentlich oft dann, wenn ich die Achselhaare zu lang habe Und dann rasiere ich sie eigentlich am meisten Okay Wenn ich das Gefühl habe, ohnehygienisch ist, dass ich unhygienisch bin, beziehungsweise ich schnell stinke Leo, wie oft rasierst du dir die Achsel? Frischer Schweiß stinkt auch nicht Also, so ein kleiner Eigengeruch, wenn ich mal ab und an mal so bei mir unter den Achsel rieche Und es riecht ein bisschen nach Schweiß, finde ich es ehrlicherweise geil Oh Du nicht? Nee, also mich nervt das immer richtig doll So ein leichter Eigengeruch finde ich cool Ich Dann rieche ich wie ein Mann Ich mag Parfum und Deo, finde ich ganz gut Das riecht immer gut, finde ich Ja Und Schweiß nicht so, finde ich Einer streitet, safe bei Frauen Und auch bei Frauen finde ich es echt attraktiv, wenn sie ein bisschen mal nach dem Sport müffelt Weil es ist ja ein natürlicher Geruch, ist ja okay Wow Aber wir brauchen jetzt ja nicht wieder die Thematik Nee, das habe ich noch nie gehört, interessant aber Ja Was heißt denn bisschen? Ja, bisschen halt ne Aber nicht zu viel Nein, 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 hygienisch halt Ist ja immer noch Hygienischer Gestank Ja, passiert ja mal, wenn eine Frau, ne Genau Mal so Okay, geil Und nur nochmal für mein Verständnis Warum beantwortest du nie ein bisschen undiskretere Fragen? Wie denn? Nein, ich will, Bro, Leo ist hier hinter mir, so Ja, guck Zum Thema Setz mal die Kopfhörer auf Dann hörst du mich besser Setz mal die Kopfhörer auf Ich hör dich auch so Hier Leo, nicht gucken, aus dem Fenster gucken bei den Spielern Auch so, zu diesem Thema hier Ja Warum sagst du denn da nie was du? Was? Ich bin da, ich bin sehr, ähm Äh, verklemmt Und, ähm Und prüde Bei dir kann man sich das nicht vorstellen Ich will mal einen Vergleich machen, ne Entweder bist du der Zeus mit dem Blitz in der Hand Okay Oder du bist wirklich dieser, äh, Ben Dieser Ja, genau Man kann sich das gar nicht bei dir richtig vorstellen Also es gibt wenig Menschen Aus meinem Umfeld, wo ich mir ja denke Okay, wenn ich mir das vorstelle Wie er da aktiv ist Kann ich mir nicht vorstellen, wie, wie es bei ihm so ist Ah ja, verstehe ich Bei dir kann man das sich zum Beispiel sehr gut vorstellen Weil du das immer sehr lebhaft auch beschreibst Weißt du, was ich meine? Oh ja Oder auch so ein Revi oder so Oder ein Jeff Strobl Ja, Revi ist ja normal Die reden ja über alles Die beschreiben das ja bis ins kleinste Detail Da kann man sich das sehr, sehr gut vorstellen Wer, wer Hättest du eine FIFA-Karte Ja Was für eine, was für eine, äh, Punktezahl 90, 80, 70 Würdest du dir bei der Stoßkraft selber geben? Wie, definiere Stoßkraft? Die Stoßkraft So wie ich es sage, die Stoßkraft Was Was beinhaltet das alles? Einfach, aber einfach noch die Frage Was für eine Stoßkraft würdest du dir selber geben an Punkten? 70, 80 60 45 Nicht auf den Chat gucken Ist Stoßkraft Ist Stoß Also Was ist alles Stoßkraft? Ich verstehe es nicht Ja, ich Bro, Leo ist auch noch da Ich kann jetzt nicht so ausführlich Achso Physis, oder was? Oh, Max Du weißt ganz genau, was ich meine Die Stoßkraft, Digga Bam, bam, zack Ja, rein da in der Olga Ja, was zählt da alles mit rein? Zählt da mit rein? Geschwindigkeit Ausdauer Nein, nur die Stoßkraft Das Wort Stoßkraft Stoß Stoß Nur stoßen Ja, stoßen Die Stoßkraft Die würde ich bei dir bei 9,90 ansetzen, Digga Du bist ein gestandener Mann Die ist 120 Kilo, Digga Ja, deswegen ja Also, ja, dann Würdest du dir selber nur 9,90 gehen? Dann hoch Okay Okay, alles klar Und Physis? Nein, ich mach nur Spaß Du hast schon mehr gesagt als sonst Ich respektiere das Das ist schon mal gut, ne? Ja Nein, nein, Mann Ich sag auch so Ich würde Max auch keine so ganz Undiskreten Fragen stellen Weil ich kenn ja auch seine Frau Stimmt Und die ist super nett Und immer korrekt zu mir Ich würde ihn niemals in eine unangenehme Situation bringen Wo er unangenehm über seine Frau reden müsste Würde ich niemals machen, Digga Das wäre ein großer Disrespekt So Stoßkraft ist ja auf Spaß Spaß Stoßkraft geht ja Kann man machen Aber ich würde niemals sowas fragen Weil seine Frau hat mich bei ihr zuhause begrüßt und behandelt Wie, äh, äh, ja Als wenn ich einfach gern gesehener Gast bin Kommt der noch dazu, wenn man schon so lange jetzt zusammen ist, ne? Safe, ja, ja, hundertprozentig, ja Stimmt Die war immer sehr nett Ich hab nen Klecks auf der Hose, ja Ich hab mich bekleckert mit Kartoffelsuppe Scheiße aus Ja, passiert mal Ja, wir müssen auch mal nen Fahrradstream zusammen machen, sag ich Ey, ich liebe Fahrradfahren Aber ich bin richtig scheiße im Fahrradfahren Das ist doch egal, mit nem Elektrofahrrad, geht doch Hast du nen Elektrofahrrad? Ja, na klar, Digga Sehst du aus, als wenn ich selber strampel Du hast nen Hocker, du hast Fahrrad süß, das ist so geil Ja, natürlich, Digga Das ist so krass Das ist genau den Content, den ich auch machen möchte, wenn ich so 65 bin Nein, warum? Warum soll ich denn unnötig meine Gelenke belasten, Digga? Das ist so geil Wenn du mit 65 auf nem Fahrrad sitzt und nur zwei mal reinpattest, weil deine Knie wehtun, weil du Knieschmerzen hast Fahre ich an dir vorbei, fit wie ein Turnschuh, weil ich meine Knie immer im jungen Alter geschont hab und die noch flitz, äh, 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 top in Schuss sind Ja, das stimmt Ja, ist doch so Das ist richtig Ja, ich mach mich beim Fußballspielen komplett kaputt Ja, und ich nicht Genau, du hast nen Elektromotor Genau Radelzahler spannend rum Dafür ist das gut Also wollen wir mal ne Fahrradtour zusammen machen? Durch Hamburg? Mein Fahrrad wurde geklaut Ernsthaft? Wo das denn? Bei dir unten im Keller, oder was? Das ist draußen angeschlossen Aber, ähm, kennst du das, wenn du so ein Zahlenschloss hast? Und du lässt das im Winter draußen bei Salz und Kälte und Dreh und über zwei Saison und du drehst immer nur eine Zahl Ja Und dann geht das ganze Schloss nicht mehr, außer du drehst diese eine Zahl Und so war dein Schloss Ja, man konnte es nur noch einmal Das war nur noch eine Eine mögliche Drehung war möglich Und dies hat dann das Schloss aufgemacht Was hat dein Fahrrad denn gekostet? 800 Euro Ja, okay, das geht ja noch Was? Bro, das, äh, die P... Ach, Bro Das war schon... Ja, ist ärgerlich, aber ist jetzt ja nicht so, als wenn das ein finanzieller Ruin für dich ist Nein, das ist ja egal Aus Prinzip ist scheiße Ja, genau, genau Aber so ein 800 Euro Fahrrad ist viel 800 Euro ist doch nicht viel für ein vernünftiges Fahrrad Ja, gut, es gibt auch Rennräder für 5.000, aber... Ich hab besonders immer so... Was würdest du tippen kostet mein Fahrrad? Äh... 2.000 Euro Ne, da liegst du daneben Ich geb dir noch einen Versuch Okay, warte, du hast so ein Elektrofahrrad, ne? Ne, ja, Elektro ist ja Standard heute Ja, 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 ich... Okay, ich... Ähm... Hast du so ein Easy-Fahrrad? Wie meinst du? Dann sag ich 3.800 Was ist das? Ein Zehner 10.000 Euro? Ja Sau Und dann... Ich hab noch ein anderes, was so 6 kostet Und dann hab ich noch ein anderes, was sich... Ja, was kann das denn? Fährt das 90 oder was? Ne, das ist ja gesetzlich nicht erlaubt Das ist das Beste vom Besten Heftig Drei Stück, ja gut, eins fahr ich gar nicht Das hab ich mir nur als Kindheitserinnerung geholt Ein Cannondale Claymore Das war einfach nur ein Kindheitsfahrrad Das hatte von meiner... Von meiner Mama, der damalige Freund hatte Immer in seinem Spielzimmer, Abstellkammer, ein Fahrrad stehen Das hat er sich damals aus Kanada mitgenommen, importieren lassen Das war ein Cannondale-Fahrrad Ich hatte auch ein Cannondale-Fahrrad aus meiner Schulzeit Das war ein unfassbar heftiger Fahrrad Das war wie eine Harley Davidson Achso, das war so Mountainbike-mäßig geil Ja, genau Und das hat mich so beeindruckt, dieses Fahrrad Witzig Und ich wollte immer damit fahren Und der hat mich nie fahren lassen Irgendwann hat er mich einmal fahren lassen Und so ein Fahrrad wollte ich immer haben Und als es dann ein bisschen finanziell bei mir gut lief, habe ich mir aus Erinnerung auch so ein Cannondale geholt Einmal gefahren Witzig Okay, wir connecten uns und machen... Ich schreibe Alex Du bist ja immer schwerer, erreichbar als der Parts Nein, ich schreibe dir einfach Ja Das schaffen wir Geil, freue ich mich drauf Ich bin auch gerne beim... Wo war's ich am Rabatz oder sowas, ne? Ja, das war geil, ich hab die Highlights gesehen Ja, ich hab dich ja eingeladen Scheiß, ich weiß, ging nicht Ich hab alles probiert Ich hab alles probiert Ich hab alles probiert Ich hab alles probiert Also du hättest da auch echt Spaß gehabt Ich hätt da echt Spaß gehabt, ich lieb das Ich lieb das Auch so was wir dann entwickelt haben, dieses Konkurrenzkampf Wer macht die schnellste Zeit Im Rabatz der IAL-Stream hat wirklich viel Spaß gemacht Ja, es ist geil War echt ne gute... Schade, dass du nicht konntest, aber manchmal... Mach dir irgendwann nochmal Ja, manchmal kommt da was dazwischen, ist ja okay, easy Okay, Chad, ich werd jetzt auch durchziehen Leo wird gleich abgeholt Geil, ne? Max, danke, dass du hier warst, ey Und danke für die Pizza Ja, das mag ich so Okay Äh, Chad, wir werden jetzt durchziehen Ich werd auch nicht mehr den nach Hause big streamen Ich bin ausgelutscht Das hat heute viel Energie gekostet Ich will einfach nur auf dem Rückweg mir ein Hörspiel anmachen und ballern Ballern, 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 ballern Okay Wie lange waren wir jetzt live? Neun Stunden waren wir glaube ich live, oder? Wie lange waren wir live? Acht Stunden dreißig Ja, ist doch bombastisch Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend Danke an alle, die da waren Danke auch an Leo High five mein Bester Dass du hier am Start warst und Glück gebracht hast Fahr vorsichtig Ja, ich bleib noch einen Augenblick hier Also ich fahr jetzt nicht direkt nach Hause Ich werd hier noch einen Augenblick chillen, rumlaufen und so denke ich Äh, und eventuell auch noch ein, zwei Spiele gucken, je nachdem Äh, aber, äh, ich werd mir jetzt eine kleine Auszeit gönnen Nach achteinhalb Stunden, okay? Lasst euch gut gehen, äh, wir hosten, äh, den Baller League Kanal Oder raiden den Baller League Kanal Da könnt ihr alles noch euch entspannt angucken Much love, Montael in den Chat Danke für den fetten Support und für den geilen Stream heute Küsschen aufs Nüsschen Mua, ciao, ciao Willst du noch Tschüss sagen, Leo? Ciao, Chad, dankeschön